So ihr Lieben, herzlich willkommen zu Auf einen Bourbon, Folge Nummer 87 und bei mir zu Gast ist heute die liebe Blondie. Sie ist Variety-Streamerin und wurde mir von der lieben Sessian vorgeschlagen beim letzten Mal. Sie ist ein wenig verplant, lustig, etwas weird und garantiert nie zweideutig. Das wollte ich sagen. Hier ist sie, hier ist Little Blondie. Hallo. Hallo. Das bist du. War das richtig so beschrieben? Ja, das war wirklich sehr gut beschrieben. Ich bin verplant, ich bin manchmal ein bisschen komisch und ich bin viel zu oft zweideutig. Aber ich habe ja gesagt, du bist garantiert nie zweideutig. Nein, 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 natürlich nicht. Ich bin die reinste Seele dieser Welt. Sehr gut, das wollte ich hören. Ja, wir stoßen erstmal an. Das ist das Wichtigste. Ich hoffe, du hast was Schönes dabei. Pfirsichtee, weil ich muss gucken, in welche Richtung, in die Richtung. Warte, warte. Wie sieht das denn schöner aus? So, ne? So sieht es super schön aus. Mit Pikachu. Ja, Prost, ne? Das ist auch Pikachu. Prost. Ja, ich trinke tatsächlich nicht aus einem Einmachglas, wie gerade erwähnt wurde. Nee. Das ist halt so ein Cocktail, irgendwas Glas. So ungefähr sieht das aus. Genau. Warte mal, ich möchte dich lieber angucken, dann stelle ich dich. So, ich glaube, du bist am schönsten. Mich kriegst du nicht schöner, keine Sorge. Ich bin so. Doch, doch. Aus der Perspektive bist du wunderschön. Okay. Wow, dankeschön. Wie geht's dir aktuell? Ah, ich bin ein kleiner Wirbelwind, aber ansonsten geht's mir eigentlich ganz gut gerade. Ja, okay, weil ich irgendwie mitbekommen habe, dass du heute den Stream irgendwie hast ausfallen lassen. Ja, da gehen wir ja wahrscheinlich später ja nochmal ein bisschen drauf ein. So Borderline, Depression hab ich halt auch. Die Mischung ist halt super. Ich war vorhin halt einfach wie so eine Sad Potato im Bett und konnte mich nicht bewegen und hab halt einfach... vor mich hingelebt. Aber ich hab mich beruhigt. Okay, aber trotzdem geht das dir gut? Ja, jetzt grad schon. Okay, das ist schön. Das ist... Puh, Glück gehabt. Gut für den Talk. Gute Voraussetzung, dass es dir jetzt gut geht. Bist du denn auch gut ins Neujahr gekommen? Ich meine, das Neujahr ist jetzt erst gerade mal zwei Wochen alt. Kann man ja schon mal fragen. Tatsächlich ist alles gut. Also, was heißt gut? Also, es ist halt sehr, sehr in Ordnung. Also, es ist nichts Stimmes passiert oder Sonstiges. Bisher sind viele schöne Dinge geplant für dieses Jahr, worauf ich mich sehr freue. Und ja, und du? Ja, ich glaube, soweit ganz gut. Also, vor Weihnachten ist ziemlich viel Scheiße passiert. So privat viel Mist, viel Blödsinn. Viel Ärgernis, auch mit Arbeitsabend und so Sachen, so Geschichten. Und nee, aktuell gut ins Neujahr gekommen, würde ich sagen. Sehr erfolgreich bisher. Ja, doch. Sehr schön. Wie möchtest du am liebsten von mir genannt werden oder auch, wenn Leute bei dir in den Chat kommen oder neue in den Chat kommen? Einfach Blondie. Damit bin ich vollkommen zufrieden. Okay, das reicht dir. Das heißt, Vorname oder so ist für dich jetzt kein Thema? Nee, den lasse ich tatsächlich bisher noch raus. Momentan bin ich am überlegen, ob ich den eventuell mit reinnehme in den Stream. Aber zurzeit lasse ich den noch raus. Das ist irgendwie. Ich habe tatsächlich schlechte Erfahrungen damit gemacht. Okay. Das heißt, du hattest den schon mal drin und hast dann schlechte Erfahrungen gemacht? Ich weiß es nicht. Irgendwer hat meine Adresse rausbekommen und ich wurde dann so gesehen geswattet. Also diese deutsche Version davon nur mit Polizei, Krankenwagen und alles. Das war super. Ich glaube, Gott sei Dank nicht bei mir. Das war bei meiner alten Wohnung, aber trotzdem. Haben wir im letzten Talk gehabt, als Klexi Fuchs da war. Ihm ist das auch passiert und er ist deswegen auch umgezogen und so. Also es ist halt schon echt krass, was das für Auswirkungen auf Leute hat. Ey, richtig, richtig mies. Also ich würde auch an einer Stelle, also ich bin auch nicht mit Vornamen drin. Ich bin auch nur Bourbon und ich kann es absolut nachvollziehen. Ja, Privatsphäre ist wichtig. Ja, vor allem, ich wohne jetzt ja auch hier und hier hat auch kaum jemand meine Adresse. Und das ist halt einfach so schön. Diese Anonymität ist halt so angenehm. Es ist halt super gruselig. Mir wurde Pizza nach Hause bestellt. Meine Wohnung war auf Ebay. Kleinanzeigen. Das sind so, meine Wohnung ist für mich so ein kleines Safe-Bubble. Wenn ich zu Hause bin, fühle ich mich wohl und kann durchatmen. Und wenn einem das nicht mehr gegönnt wird, ist es halt super stressig. Absolut. Also dann würde ich an deiner Stelle auch dafür sorgen, dass es so bleibt. Also dann würde ich gar nicht überlegen, ob du irgendwas von dir preisgibst in dem Sinne. Ja. Ja. Aber woher dein Nickname? Warum Little Blondie? Tatsächlich weiß ich das gar nicht mehr, wie ich dazu gekommen bin. Ich habe mit einem Kumpel zusammen überlegt, ich brauche so einen richtig coolen Game Attack. Little Blondie, ja? Okay. Ja, wir dachten so, hey, ich bin klein und ich bin blond. Little Blondie. Ja. Okay, das heißt, du heißt auch im Gaming so, ja? Das heißt, du heißt auch auf verschiedenen Gaming-Plattformen, heißt du auch so? Überall mittlerweile. Vor Jahren habe ich mir mal den Tag halt gemacht, nur mit einem I. Aber durch Twitch musste ich mir ein zweites I ranhängen, weil es schon vergeben war. Ah, okay. Ja. Ich bin auch froh, dass ich keine Zahl an meinem Namen habe oder so, weil das würde mich nerven irgendwie persönlich. Little Blondie 3. Ja, mit Zahlen schlimm. Aber ich musste auch, Burpenkid war auch schon vergeben. Ich musste das B davor hängen. Ja. Damit das funktioniert. Aber das geht ja noch. Ja, das geht noch tatsächlich. Bestimmt. Darf man denn fragen, wie alt du bist? 371 Jahre werde ich. Warte, das haben wir heute in zwei Tagen. Also nein, also mein echtes Alter nicht, nein. Aber auf meinem Channel bin ich tatsächlich auch eine Dämonin und weswegen 371 ja noch als Baby gilt. Dein echtes Alter gibst du nicht preis? Nee. Krass. Das auch nicht. Du musst es auch nicht sagen, aber ich schätze dich auf Ende 20. Ja, ihr lasst es einfach so stehen dann. Du musst ja nicht kommentieren. Seit wann bist du denn auf Twitch unterwegs? Ich habe Twitch ziemlich spät entdeckt, finde ich. November 2020 habe ich meinen Account gegründet. Ja. Und ich bin nur durch andere Leute draufgekommen und habe dann halt dort gedacht so, boah, das ist ja gar nicht mal so ungeil, wenn man zockt. Und vielleicht noch mal ich ja halt, mit denen man sich unterhalten kann. Und dann habe ich ja nur hauptsächlich angefangen, dann zu streamen, zu meinem Geburtstag ungefähr. In welchem Jahr? Sorry, habe ich gerade nicht mitgenommen. 2021 dann. 2021, also vor drei Jahren hast du angefangen. Genau. Hast du jetzt Jubiläum oder wie? Ja, dreijähriges. Ab wann, genau? Ich kann es nicht sagen. Ich weiß nur, dass ich auf jeden Fall zu meinem Geburtstag, ich glaube, zwölf Stunden gestreamt hatte. WoW doch damals. Geil. Das heißt, du hast mit WoW damals angefangen? Ja, lustigerweise schon, aber das habe ich dann irgendwann schnell beendet und bin dann so auf Phasmophobia, Sea of Seas, Dead by Daylight umgestiegen, wo ich halt nicht alleine bin. Ja. Okay, verstehe. Ähm, wärst du gerne Twitch-Partnerin? Ja. Warum? Das ist mein Ziel für dieses Jahr. Okay. Warum? Oder was hast du da gefragt? Ja, ja, warum? Also ich meine, könntest du dir vorstellen, irgendwie vom Streamen zu leben oder so? Wäre das eine Option tatsächlich? Hundertprozentig. Also ich habe den Plan, das auf jeden Fall weiter zu verfolgen, weil es macht mir Spaß. Es ist halt so ein kleiner Traum schon mit 16 oder so, habe ich auch schon mal so drüber nachgedacht, YouTube zu machen. Und ich hatte damals schon mal ein YouTube-Video hochgeladen, was aber auf Privatsphäre gestellt worden ist. Da hatte ich sogar noch lange Haare. Und ja, jetzt möchte ich auch wieder mit YouTube anfangen und so. Das ist halt so ein kleiner Traum. Ich weiß nicht, warum. Also ich mag das nicht, in einem Freundeskreis so im Mittelpunkt zu sein oder wenn man mit mehreren Leuten ist. Aber komischerweise stört es mich nicht, wenn Leute mir zuhören oder so. Das ist... Ja. Okay. Gut. Dann lass uns das so stehen. Du bist bei Yerity Streamern, habe ich gerade gesagt. Von Gaming hast du gerade ein paar Spiele aufgezählt, wie Dead by Daylight, Phasmophobia. Damals zuletzt hast du Tomb Raider gespielt, God of War, Resident Evil. Was zockst du aktuell am liebsten? Ich bin gerade bei Monster Hunter drin. Monster Hunter, okay. Das ist so, wo ich so privat ganz viel spiele. Und da verarme ich auch sehr, sehr gerne. Ich weiß nicht. Da habe ich so meine Doppelklingen in jedem Spiel, wo es Doppelklingen gibt oder zwei Däuche, nehme ich die Waffen. Okay. Bist du dabei? Doppelkling, äh, Blondie ist dabei. Okay, alles klar. Ja, aber wenn du jetzt nicht Gaming machst, was machst du dann? Ähm, tatsächlich labere ich dann einfach so ein bisschen. Wir haben auch schon öfters Reactions gemacht und ich mag es auch gerne. Ja, rumzualbern ist wichtig und das macht auch Spaß. Aber ich finde auch ernstere Themen sind halt auch wichtig. Ich nehme in meinen Streams auch Mental Health ganz, ähm, wird auch ganz groß geschrieben und jeder ist willkommen. Egal, äh, wo die Person herkommt, wie groß sie ist, was oder wen sie liebt. Und, ähm, ja, und wer sowas nicht akzeptiert, wird sofort gebannt. Da bin ich mittlerweile sehr hart. Äh, kündigst du solche Streams speziell an, was du jetzt sagen würdest, heute Abend reden wir darüber oder wir machen Donnerstags, weiß ich nicht, Mental Health oder irgendwie sowas? Nö, das passiert spontan. Also, Leute schreiben rein zum Beispiel auch, finde ich, ist es ganz wichtig, über Transgender zu sprechen, weil ganz viele Leute es immer noch nicht akzeptieren und ich finde es dann ganz schön erschreckend, was man denn für Geschichten hört und dann fokussieren wir uns mal spontan auf dieses Thema oder halt, wie gesagt, Borderline, Depression. Das ist ja mein täglicher Begleiter. Da kommt man einfach irgendwie drauf und da gibt es auch keine Triggerwarnung tatsächlich. Sollte ich vielleicht mal einbauen. Ja gut, es kommt halt darauf an, wie, wie, wie der, wie der Chat ist, wie sensibel der ist, ne? Das ist ja unterschiedlich. Ja. Hast du denn für dich eine Lieblingskategorie, was du machst? Oder also zockst du lieber, quatschst du lieber? Ist dir das egal? Je nach Lust und Laune? Ja. Egal. Also ja, je nach Lust und Laune, also wenn ich natürlich einen aktiven Chat habe, liebe ich es, mich mit dem Chat zu unterhalten. Es macht einfach so viel Spaß. Ja. Aber wenn jetzt gerade, keine Ahnung, wie viele als im Lurker-Modus drin sind, dann zocke ich auch gerne. Mhm. Okay. Ich stalke meine Gäste ja immer, bevor die kommen. Deswegen, ich informiere mich auch mal so ein bisschen. Und ich habe bei dir auf Insta gesehen, das sage ich mal eben. Ja. Das coole Siri-Cosplay. Gute Cirilla. Ja. Von The Witcher. Möchtest du was dazu sagen? Also du warst da auf der Gamesco unterwegs im August? Genau. Und das war das erste Mal, dass ich mich getraut habe, in einem Cosplay rumzulaufen. Ich war sehr, sehr nervös. Es ist zwar da noch komplett bestellt und so, aber ja, es war super, super cool. Ich habe mich einen Keks gefreut. Für mich ist Witcher so das erste Spiel, was ich wirklich angefangen habe zu spielen. Tatsächlich auch drei. Aber da habe ich so richtig eine Passion entwickelt. Und ich habe auch das Schwert tätowiert auf meinem Arm. Kann ich auch gleich mal zeigen. Und ich habe das Schwert, was da ist, das ist ja nur ein Schaumstoffschwert. Ich habe das halt auch noch mal in Metall in meinem Hintergrund stehen, womit ich auch unbedingt nochmal ein Shooting machen möchte. Ja, auf jeden Fall. Und das Cosplay ist ziemlich, ziemlich nice geworden. Also cool. Danke. Ich habe halt auch die perfekten Haare dafür. Das stimmt. Das ist halt einfach so. Das ist so. Hast du da lange dran gesessen? Hm? Hast du lange an dem Cosplay gesessen? Ähm, nee, tatsächlich. Also das geht eigentlich. Das geht ziemlich schnell. Also wie gesagt, das ist tatsächlich bestellt. Also ich bin da nicht so kreativ gewesen. Ich habe mittlerweile damit angefangen, den Gürtel selber zu machen. Ja. Ähm, weil es ist halt super viel Arbeit. Und wenn man das nachher gar nicht mag, sich so zu präsentieren, wäre das die verschenkte Zeit. Jetzt will ich das ja alles so nachmachen. Ich wollte gerade sagen, du hast es doch einmal jetzt gemacht und hast festgestellt, es ist eine geile Sache und es gefällt dir. Würdest du denn, äh, eben das, wäre das auch so eine Option, das live on stream halt eben zu machen? Cosplayen oder vorzubereiten? Ja. Ha, guck. Geil. Finde ich gut. Genau. Ist was geplant für dieses Jahr? Äh, ja. Ich habe tatsächlich durch God of War so ein Riesenprojekt im Kopf, dass ich gerne Kratos in einer weiblichen Form machen möchte. Okay. Ich habe mir schon Leder besorgt. Ich habe mir schon, also Fell besorgt. Und das muss ich jetzt halt alles nochmal irgendwie zu so einer Idee umwandeln. Also ich habe die Idee im Kopf, aber ich muss es halt einfach mal anfangen. Aber die wichtige Frage ist jetzt auch mit Glatze oder ohne dann, ne? Ne, tatsächlich mit Haaren. Ich weiß, dass es enttäuschend ist, aber ich werde mir irgendwann nochmal sechs Millimeter rasieren. Einfach, weil ich darauf Bock habe, aber zurzeit noch nicht. Okay. Alles klar. Ähm, ja, aber generell, du zockst viel, hast du gesagt, du zockst leidenschaftlich. Welchen Stellenwert hat das Zocken für dich? Also, wenn ich in eine Beziehung gehe, habe ich gesagt, mein Freund muss damit klarkommen, dass ich zocke. Und das kann halt auch mal sein, dass ich was treffend absage, weil ich lieber zocke. Okay. Und wenn halt zum Beispiel irgendwie eine neue Season von einem Spiel rauskommt, was mir wichtig ist oder so, werde ich da halt auch keine anderen Termine haben. Okay. Also, um die Frage zu beantworten, der Stellenwert ist ja hoch. Schon, ja. Hast du generell ein Lieblingsgame außer Witcher? Hm, also, momentan so meine Favorites, was mir so einfällt, ist auch so The Evil Within. Finde ich auch total geil. Ich mag alles, was so ein bisschen Horror hat. Mhm. Deswegen auch Resident Evil. Der vierte Teil ist halt nicht mein Lieblingsteil. Mittlerweile habe ich alle gespielt, außer sechs, glaube ich. Und, nee, fünf und sechs habe ich nicht gespielt, genau. Aber die Reihenfolge war auch super. Ich habe zuerst acht gespielt, dann habe ich eins gespielt, dann vier, zwei, drei, sieben. Okay. Spannend, aber ... Ja. Ich weiß gar nicht, ich habe Resident Evil tatsächlich noch nie gezockt. Ist das irgendwie chronologisch, ist das wichtig von der Story her oder ist das jetzt mal ein eigenständiges Game? Ich weiß es wirklich nicht. Ich finde, sieben und acht musste man, also sieben und acht ist schon so eine Reihenfolge und eins, zwei, drei, vier könnte man theoretisch. Oder vier? Ich muss gerade überlegen. Ja, doch, eins, zwei, drei, vier könnte man halt auch in einer Reihenfolge spielen, muss man aber nicht. Aber dann weiß man teilweise, wer die Charaktere sind, die man spielt. Okay, gut. Und woher, welcher Gegner kommt und so. Okay, das würde schon Sinn machen. Okay, verstehe. Anderes Thema, morgen oder ab morgen gibt es bei dir einen Sabaton? Ja. Das ist richtig, ja. Wie lange hast du maximal eingeplant? Fürs Erste habe ich tatsächlich gar nicht mal so lange eingeplant. Ich habe bis zum 25. eingeplant, aber je nachdem habe ich auch überlegt, das zu verlängern. Also wenn es wirklich irgendwie über die Grenzen schlagen sollte in irgendeinem Universum. Dann habe ich auch schon gesagt, dass ich danach wieder von Montag bis Samstag das durchziehen würde, nochmal weiter. Ja. Weil ich bin nämlich das Wochenende bei mir, also vom 26. auf den 28. bei meiner Familie. Das ist halt, real life muss leider vorgehen, ob man will oder nicht, aber. Ja krass, aber da hast du auf jeden Fall was vor. Also ich hoffe, dass es für dich auch so weit, dass es zumindest sehr erfolgreich für dich wird. Daumen sind gedrückt. Danke. Streamst du dann auch nachts oder wie machst du das? Ich habe mir das sehr mental health mäßig eingebaut. Okay, mit Pausen, ja. Also ich habe nachts einen, es gibt so ein Plastik, oh Gott, wie heißt das Spiel? Achso, Plastid Acid, ja. Mit den Enden. Ja, Plastid, Plastid Dug Simulator, der wird ja nachts immer laufen. Ja. Und man wird eigentlich gar nicht so viel sehen, man sieht dann meistens so, ich weiß gar nicht, ja, so ein bisschen von dem Rand so ganz leicht, ganz doll verschwommen. Ja. Und, also nicht mich, das ist mir zu wild. Das stoppt auch der Timer. Ja. Ja, das ist ja ein bisschen groß. Also, ich weiß nicht. Nee, muss nicht sein. Aber ich habe das auch eingebaut mit Sportpausen. Ich habe Spaziergehpausen eingebaut und wenn ich mittags mal ein Schläfchen brauche, weil mich das irgendwie stresst, mache ich ein Schläfchen. Nein. Damit habe ich gar kein Problem mehr. Die ersten Male war so, oh Gott, das ist okay, wenn ich jetzt den Stream verlasse. Aber alle fanden das so klasse, dass ich mir Pausen genommen habe, dass er auch gesagt hat, okay, cool. Verdammt wichtig und auch wirklich gut, dass du es eben machst. Ich finde es halt immer wieder krass. Also ich habe noch nie so einen krassen langen Stream gemacht. Ich habe mal Charity-Events gemacht, dann ging es vor elf, zwölf Stunden. Das war für mich das längste auch. Ich kann auch einfach nicht so lange sitzen und weiß ich nicht. Ich finde das echt immer total krass, wenn Leute das können. Aber ich finde es noch krasser, wenn Leute sagen, ja, ich mache jetzt mal, ich habe mal wieder einen 24-Stunden-Stream so nebenbei, weißt du? So, dass das, ey, ich weiß es nicht. Ich könnte es einfach nicht. Ich finde es krass, wie Leute das so hinbekommen. Total irre. Ja, vor allem dann auch die Laune zu halten. Man ist ja auch irgendwann mal müde und ich weiß nicht, denn ... Ja, also ich bin schlecht gelaunt, wenn ich müde bin zum Beispiel. Ich werde dann irgendwann ziemlich gereizt. Wenn ich dann irgendwann was spielen müsste, wo die Frustrationstoleranz hoch sein müsste, ey, ich würde Rage gritten. Ich hatte mal versucht, 24 Stunden, nee, 36 Stunden wollte ich machen, aber ich habe dann nur 22 durchgehalten. Und ich habe Dead Space dann angefangen nachts und dann da mit dem Schießen und allem. Und ich war so, nee, Leute, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ich glaube, um drei Uhr nachts oder so habe ich das dann ausgemacht, weil ich so dachte, nee, das geht jetzt einfach nicht mehr. Ja, deswegen. Also gut, dass du die Pausen machst und auch das mit dem, dass du eben auch schläfst, wirklich. Ja. Hast du generell eigentlich regelmäßige Streamingzeiten? Mehr oder weniger Montag bis Freitag, aber die Uhrzeit ist immer so variabel, je nachdem, ob ich einen Termin habe oder so. Aber so normalerweise versuche ich es. Diese Woche ist es ein bisschen schwanken gekommen und letzte Woche durch gesundheitliche Dinge mal wieder. Okay, aber du hältst dir das Wochenende bewusst frei? Ja, tatsächlich. Familie, Freunde. Ich versuche ja auch so zu socialisen mit Freunden und so, dass ich dann mal ein Wochenende da hinkomme. Ich habe viele Leute aus NRW. Ich komme ja aus dem Norden, aus Schleswig-Holstein. Und dann möchte man ja nicht nur drei Stunden dort sein, wenn man mit dem Zug fährt. Wenn man da, ich weiß nicht, fünf bis sechs, vier bis sechs Stunden, je nachdem, welches Ticket man nimmt, lohnt sich das halt nur mit dem ganzen Wochenende. Okay. Also dieses komische Real Life spielst du halt auch, ja. Ekelhaft, aber ja. Okay. Dann kommen wir zu einer Frage, die ich sehr gerne stelle. Nämlich, wenn du deinen Stream oder deinen Chat als eine einzige Person vorstellen müsstest, wie wäre die Person so? Eine Person, die deinen Stream widerspiegelt? Wäre die eher männlich, weiblich, alt, jung? Wie wäre die so drauf? Also dein Durchschnittszuschauer? Mein Durchschnittszuschauer? Puh. Also ich habe tatsächlich von jung bis, ich will nicht alt sagen, ich weiß, dass meine Motz im Chat sind. Die köpfen mich nachher wieder. Würden die nie tun, die sind noch gar nicht da oder so. Nein, 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 nein. Ich habe mal gesagt, die sind in die Jahre gekommen. Das habe ich mir bis heute noch anhören. Also ich würde echt so ein Mittelmaß sagen. Ich würde sagen mal 35 ist, glaube ich, ein gutes Mittelmaß, weil wirklich, eigentlich darf niemand unter 18 bei mir im Stream sein. Ich habe es angegeben, 18, alles da drunter darf nicht, weil ich halt auch so viel Fluche und zu zweideutig bin, das ist halt einfach nicht so zum Vorteil. Ja. Ja, und dadurch, dass ich aber auch weiß, dass ich so 50-Jährige drin habe, ich denke mal 35, ja genau, 35, tatsächlich würde ich männlich sagen, weil ich irgendwie direkt an eine männliche Person denke. Und Charaktereigenschaft ist immer so ein liebevolles Necken. Das ist... Und eine sehr tolerante Person. Also mein Chat ist sehr tolerant und hilfsbereit. Nicht immer dem Streamer gegenüber, aber ansonsten sind die eigentlich immer total lieb und liebenswürdig. Ja. Ich weiß gar nicht, wie ich die noch beschreiben könnte. Ich finde, das ist schon eine gute Beschreibung. Okay. Ja, ich kann es mir bildlich vorstellen. Sehr gut. Warum sammelt man bei dir Blondstones im Chat? Ich liebe Pokémon und dachte so, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Evolutionsstein und habe das dann gedacht, das muss irgendwas mit Blondstones sein und dann dachte ich so Blondstones. Und dann ist es so ein bisschen... In meinem Kopf hat es so eine Verbindung mit Pokémon. Ich glaube, keine andere Person sieht das, aber Hauptsache ich weiß das. Okay. Wäre ich jetzt auch nicht draufgekommen, aber spannend zu wissen. Sehr gut. Und was zur Hölle ist ein Hodenherz? Was? Das musst du mir jetzt mal erklären. Was? Also im Endeffekt ist das das Hodenherz. Also das ist so... Ja, wir hatten mal einen feuchtfröhlichen Abend im Discord und da hatten wir Pummelparty gespielt. Das ist ja diese etwas brutalere Version von Mario Party. Ja. Und man hatte ja ganz viel Tee getrunken und so und dann hatte man sich immer, wenn man sich gegenseitig irgendwie eine Abrisskugel ins Gesicht gejagt hat oder mit einer Shotgun, einer Piu-Piu gemacht hat, sich immer ein Herz gezeigt. Und irgendwann hat man mal so gemacht und irgendwer sagte, das sieht halt aus wie ein Ofen. Und dann kam man halt einfach auf das Hodenherz. Es war einfach eine sehr, sehr witzige Geschichte und ich dachte so, come on, das übernehme ich in meinen Stream, weil es halt einfach so witzig war. Und seitdem ist jeder verwirrt, wenn er das ließ oder sieht. Und ich finde das super. Das Hodenherz an sich ist ja schon das eine, aber warum zeigst du es dann allen? Das ist so das andere, wenn man sich so denkt, warum zeigt die jetzt... Ja, ja. Okay. Hast du Kooperationen mit anderen Streamern, Streamerinnen? Gibt es irgendwas, wo du regelmäßig irgendwie mit jemandem zockst oder mit dem du gut befreundet bist oder so? Gut befreundet, ja. Mit jemandem zocken bisher nicht. Ich versuche gerade so ein paar Mädels ranzubekommen. Ja. Wir wollen vielleicht mal Lethal Company spielen. Das wäre ganz cool, weil das ja so ein total lostes Game ist, wo ich glaube ich echt viele lustige Momente entstehen könnten. Aber zur Zeit bin ich eine sehr, sehr... Ach, ich weiß nicht. Egoistische. Singleplayer-Spielerin. Egoistisch, ja. Irgendwie so in dieser Schiene. Aber ansonsten so Zessian auf jeden Fall. Matti Lischus ist auch eine gute Freundin. Kathi Sauria. Ich habe da so ganz viele neue Connections seit den letzten paar Jahren gesammelt. Und es ist halt einfach super, super schön, ja, da so privat mit denen auch zu zocken, zu reden, sich zu treffen. Matti Lischus ist zum Beispiel eine Person, mit der ich immer male. Ich weiß nicht, man sieht das Bild ganz gut. Das hat sie mir gemalt. Das ist mein Emote. Das ist halt auch super schön. Die kennen das so gut. Das ist so cool. Dann müsstest du es mal in Groß zeigen. Ja, gerne. Ich wollte jetzt nicht einfach so aufspringen, aber dann tue ich es mal. Ich höre dich aber nicht. Oder euch. Man hat ja gesehen, dass sie darauf brennt und das zeigen will. Was halt richtig, richtig cool ist, sie hat es in so einer Lederoptik gemacht. Ja, Mann. Das ist richtig krass. So ist es, glaube ich, besser. Das nennt sich Poohin, die Technik, die im Hintergrund ist. Und es ist halt so, so wahnsinnig cool. Hammer. Krass. Ja. Frisch gehäutet. Oder gegärbt. Ah, mega. Was machst du da? Ach der. Ich habe den Bart ver... Er hieß zuerst, hieß er Horst Lichter. Jetzt ist es der elektrische Horst. Und er hat seinen Bart verloren. Das sieht sonst so komisch aus. Ah, Horst. Er ist wunderschön. Horst ist auch wunderschön, ja. Schön, dass er da ist. Hallo Horst. Schön, dass du auch dabei bist. Es freut mich. Ich kann das Interview auch mit Horst führen, wenn du möchtest. Ja, ich lasse, ich gehe aus dem Raum raus. Das ist zwar meine ganze Wohnung, dieser Raum, aber... Ich lasse mich gerne alleine. Ich lasse mich gerne alleine. Ja, sehr gut. Nee, das ist schon ziemlich cool. Zum Abschluss noch... Anni, Quatsch. Zwei Fragen noch. Woher kennst du Sesschen? Weil sie hat sich ja vorgeschlagen. Und warum denkst du, hat sie dich vorgeschlagen? Was hat die sich dabei gedacht? Also, Ken Tracy... Mein Ex-Freund hat mich tatsächlich auf sie gebracht damals und war ich immer bei ihrem Chat und hab denen immer viel dazugeschaut, weil sie halt auch einfach so eine lustige, spontane Person ist. Und dann hab ich sie halt einfach auf Wacken letztes Jahr... Nee, vorletztes Jahr. Das ist ja schon 2024. Hab ich sie halt angesprochen. Und ich war so der erste Teil, der sie jemals angesprochen hat. Und daraus hat sich so ein bisschen so ein näherer Kontakt gebildet und so haben wir dann uns auch mal getroffen. Und ja, also wir kennen uns tatsächlich auch persönlich. Ja, cool. Aber warum sie mich empfohlen hat? Wahrscheinlich deswegen, weil wir uns halt auch so kennen und weil sie auch weiß, dass ich vielleicht ein offener, netter Mensch bin oder so. Hoffen wir's. Dass sie recht hatte. Genau. Aber bisher wirkst du auch sehr offen und sehr nett. Also, ich glaube, sie hat das schon richtig gemacht. Okay. Und zum Abschluss noch, bevor wir jetzt in den zweiten Part gehen. Gibt's noch irgendwelche Projekte, die bei dir geplant sind? Du hast jetzt gerade gesagt, Sabaton ist auf jeden Fall geplant und eventuell irgendwas mit Cosplay. Sonst noch was? Also, jetzt Stream-Projekte eher weniger. Ich möchte auf Messen dieses Jahr mal ganz viele gehen. Ja. Weil ich möchte so ganz viele Leute einfach nochmal so persönlich sehen. Ich finde es immer so schön, wenn man sich so spricht und Discord, aber ich möchte Leute persönlich auch einmal zumindest so Gesicht am Gesicht sehen. Mhm. Und sonst, so Projekte tatsächlich, bin ich sehr spontan. Okay. Super spontan. Dann mache ich irgendwie spontan, keine Ahnung, Kreativ-Streams. Ich habe jetzt mir ein Tablet besorgt, damit ich da auch ein bisschen mehr machen kann. Mhm. Ja. Gut. Alles klar. Dann gehen wir so in die zweite Phase. Wir trinken hier im Stream ein Glas aus. So, zack. Ein Glas weniger. Das heißt, wir sind jetzt im zweiten Part. Ja, damit der Chat weiß immer, wo wir gerade dran sind. Aber auch ich hinterher weiß beim Schneiden, dann weiß ich mal, wo ungefähr ich hin muss. Das ist gar nicht verkehrt mit der Orientierung. Genau, zweiter Part. Toll smart. Das ist so gut. Sitzt du gerade mit dich oder muss ich dich ein Stück rüberziehen? Warte mal. Warte, ich muss selber, ich sitze mich immer. Achso, du wackelst beim Wackeln. Ich bewege mich die ganze Zeit links, rechts. Ich habe ein Bein oben, beide Beine. Ich sitze im Schneidersitz. Ich habe meine Beine auf den Schreibtisch. Schneiderst im Sitz, Sitz. Genau. So rum. Okay, jedenfalls. Wir reden über deine Themen. Und wir fangen an mit der klassischen Rollenverteilung, was du gesagt hast. Quasi, man muss ins Bild passen. Dass die Gesellschaft oder viele aus der Gesellschaft immer noch denken, man muss in dieses klassische Frau-Mann, ja, in diese Rollenverteilung einfach reinpassen. Jetzt zu Beginn natürlich dann für mich die Frage, warum hast du das Thema vorgeschlagen? Warum ist dir das wichtig? Weil es nicht oft genug besprochen werden kann, finde ich. Ich hatte mir vor, ich glaube ungefähr vor einem Jahr, ein Video vom Parabelritter angeschaut. Und da hat er mal erzählt, wie es ist aus der männlichen Sicht. Und da ging mir halt ein Licht auf, weil als Frau denkt man nicht so drüber nach. Aber Männer fangen ja schon im jungen Alter an zu hören. Du darfst dich weinen, du musst blau tragen, die rosa ist nichts für dich. Und nicht weinen, das machen doch nur Mädchen. Und du schreist ja wie Mädchen, du rennst wie Mädchen. Und dann ist halt das wieder so was Negatives, weswegen Männer sich wieder behaupten müssen. Wo da nachher auch ein Konkurrenzkampf entsteht schon im Kindergarten. Was ich gar nicht so wahrgenommen habe. Aber da fängt es halt schon an. Und das finde ich so krass. Und das finde ich, kann man nicht oft genug besprechen, dass Frauen auch eine starke Rolle einnehmen dürfen. Und Männer auch eine schwächere Rolle. Und das negativ zu meinen. Aber Schwäche wird ja immer gleich negativ gemeint. Aber man darf ja auch mal Gefühle zeigen. Man darf auch mal sagen, dass es einem schlecht geht. Ja, Emotionen sind ja direkt immer so. Gerade negative Emotionen. Männer dürfen halt nur Freude und Gröhlen nach dem Bier trinken zeigen und so. Aber weinen oder so, gerade in der Öffentlichkeit oder so, ist krass. Frauen weinen so, oh du Arme. Mann weint, was ist mit dem los? Ja. Nur so ein Beispiel. Andersrum halt genauso. Es gibt halt viele Dinge auch andersrum. Das andere Geschlecht eben bezogen. Das finde ich halt auch echt krass. Was nervt dich daran am meisten? Was würdest du sagen? Dass es auf die Psyche geht einfach. Das geht ja, also es entwickelt sich ja auch sehr viel dabei. Und das kann einen Menschen wirklich ganz schön kaputt machen. Und also, ich finde es erschreckend, wie hoch die, ich hoffe, das ist jetzt kein zu großer Trigger, die suizidale Quote ist einfach von Männern. Also, ich mache mir da mehr halt Sorgen um die Menge an Männer und spreche das halt mehr an als bei Frauen, weil ich das halt irgendwie auch gar nicht mehr so sehe, sondern halt einfach nur merke so, hm, der Person, man merkt, dass er gereizt ist und dass er sehr in sich gekehrt ist. Und da gehen bei mir schon sofort die Alarmglocken los. Und dann bin ich sofort so, Mensch, ich möchte mich um diese Person kümmern, weil ich Angst habe um diese Person, weil man als Mann nichts erzählen darf, was negativ ist. Und da weiß ich nicht. Hast du denn für dich privat oder persönliche Erfahrungen eben gemacht in der Richtung, wo du gesagt würdest, auch für dich, wo du gesagt hast, du wirst irgendwo in irgendeine Rolle reingedrängt, die du gar nicht rein willst? So als Frau? Tatsächlich habe ich mich immer mehr in die männlichen Rollen gedrängt. Wie kommt das? Das ist lustig, das ist mir auch wahr geworden. Wie kommt das? Ich weiß es nicht. Ich habe tatsächlich, ich sage so oft tatsächlich momentan, das ist ja gruselig. Tatsächlich? Ich habe immer so ein Lieblingswort und das spreche ich 700 Mal aus. Man kann ja mal erzählen, wie oft ich das gesagt habe. Machen wir hinterher. Nein. Ich habe früh angefangen, immer mich mit den Jungs zu messen, dass ich da die Stärkste bin, die Schnellste bin, dass ich in allen Sportungen besser bin und habe da immer einen Konkurrenzkampf gesehen und habe auch mir selber immer gesagt, ich darf nicht weinen. Ich muss stark sein, ich kann meine Gefühle zeigen. Und da fing das dann halt wahrscheinlich auch an mit der Borderline-Persönlichkeitsstörung, weil deswegen geht mir das Thema auch so nah, weil ich merke, dass sowas schon ein Kind kaputt machen kann. Kaputt klingt so hart, aber doch, das kann schon einiges mit einem machen. Und so eine Persönlichkeitsstörung ist halt wirklich nicht immer angenehm. Ich glaube, es ist nie angenehm. Positive Persönlichkeitsstörung weiß ich gar nicht, ob es das überhaupt gibt. Aber das heißt, wir reden auch gleich nochmal über Borderline eben und die Persönlichkeitsstörung, aber es hat sich dadurch ergeben, dass du so sehr mit der Rollenverteilung oder mit dem, was ins Bild passen, dass du dich damit beschäftigt hast? Hast du das richtig verstanden? Nee, also als Kind weiß ich das nicht. Also das hat sich im Grundschulalter, sage ich jetzt mal, entwickelt. Also im Kindergarten war ich da noch gar nicht so mit drin. In der Grundschule habe ich aber irgendwie diese Rivalität entwickelt. Aber ich hatte auch zuerst teilweise so ein bisschen mehr männliche Freunde, dass ich wahrscheinlich da halt auch schon so ein bisschen so geguckt habe, dass ich da halt auch so mithalten kann. Später habe ich dann auch mehr mit Frau und Mädchen dann wieder gespielt und so. Weil irgendwann waren ja Jungs so eklig und wann ist dann auf einmal angefasst worden und hatte die Jungsgrippe oder was, wie auch immer das damals hieß, im Kindergarten halt. Aber keine Ahnung, da hat sich das irgendwie so auch mitentwickelt und deswegen konnte ich mich damit so ein bisschen identifizieren und fand das so erschreckend, dass es bei Männern halt noch extremer ist. Bist du Einzelkind? Ja. Okay, das heißt, du hattest da auch nicht diese anderen Rollenvergleiche, in dem Sinne Bruder, Schwester und so, wo du irgendwie, okay, dich austauschen konntest dann. Nee, es ist halt merkwürdig, dass es sich bei mir so entwickelt hat. Ich weiß auch nicht. Ja, man weiß nie hinterher, wie was passiert ist, gerade im Kindesalter oder jugendlichen Alter, weil da hat man noch gar nicht die Reflexion dafür, das kommt ja später, den Blick da drauf. Du bist halt einfach da und wächst halt noch vor dich hin und plötzlich, puff, hast du irgendwelche Gedanken oder bist irgendwie anders und, und, und. Spielt das aber für dich auf Twitch auch eine Rolle? Der Konkurrenzkampf jetzt so speziell? Ja, einmal der Konkurrenzkampf und einmal auch mit der Rollenverteilung. Ist es so, dass Leute vielleicht auch bei dir in den Chat kommen und irgendwie sagen, ey, du bist eine Frau oder so, mach das so und so? Du bist vielleicht zu männlich oder keine Ahnung oder so, kann ja auch sein. Ich habe manchmal so kleine Trolls gehabt, die so reinkamen, so, du kleiner, du hässlicher Junge oder du Emo, was weiß ich was, wo ich, damit mache ich mir keine Gedanken. Ja. Das Einzige, was ich halt so merke, ist so der Vergleich, den man leider selber macht. Man vergleicht sich dann mit anderen Personen, vergleicht dann so die Zahlen und so. Ja. Und das ist so schrecklich, damit sollte man einfach aufhören. Das zieht einen nämlich auch immer ziemlich darunter. Ansonsten so Konkurrenz würde ich halt rausnehmen. Ich vergleiche mich aber Konkurrenz nicht, weil jeder hat halt so seine Fanbase, sage ich mal. Und ich weiß, ich würde niemandem was wegnehmen wollen und hoffe halt auch einfach, dass jeder so bei mir denkt, ich möchte niemals jemandem was Böses. Ich hoffe immer, dass Leute mich ansprechen, wenn sie irgendwie ein Problem mit mir haben, weil ich eigentlich keinen Konkurrenzkampf möchte, Stress möchte, sowas versuche ich aus dem Weg zu gehen. Ich finde sowas unangenehm. Ja. Also ich finde es tatsächlich auch so, weil, warum? Also es bringt ja keinen weiter irgendwie in dem Sinne. Das ist vielleicht jetzt anders als irgendwelche Hip-Hopper, die sich gegenseitig mit Beef bekriegen und dadurch Aufmerksamkeit kriegen und die Zahlen steigen. Im schlimmsten Fall ist es halt so, wenn zwei sich da bekriegen, dann interessiert es am Ende keine Sau. Oder es sind auch weniger Leute da als vorher. Also ich meine, ja, ich finde es auch komisch. Also Twitch gerade, ja, ich finde, man sollte einfach zusammenhalten aufgrund der großen Anzahl an Menschen halt auch eben. Es ist viel klüger, sich mit anderen zusammenzutun, Kooperation einzugehen, als sich dann auch gegenseitig die letzten Zuschauer da wegzunehmen. Also, weiß ich nicht, finde ich ein bisschen grof. Ja, aber ich finde es krass, dass du sagst, Zahlen und so, beachtest drauf. Und es macht dich unglücklich, öfter mal. Ja, ich kann das absolut fühlen. Ich kann das fühlen tatsächlich. Ich weiß, wie das ist mit Zahlen und so. Zahlen habe ich auch lange Zeit bekloppt gemacht. Deswegen habe ich es irgendwann komplett aufgegeben. Also irgendwie diesen Gedanken zu haben, den Ehrgeiz zu haben, irgendwie mehr erreichen zu wollen. Deswegen finde ich das gerade umso erstaunlicher, dass du sagst, du möchtest Twitch-Partnerin werden. Weil das ist ja genau das, was du dann tun musst. Du musst ja auf Zahlen achten. Stürzt du dich dann nicht ins Unglück? Ein bisschen. Das macht mir auch manchmal... Also, ich merke es leider. Ich möchte es eigentlich nicht. Aber ich merke es ab und zu, dass es dann doch auch ein bisschen an meiner Laune kratzt. Ich gucke während des Streams eigentlich nicht drauf. Das versuche ich... Also, da spreche ich mir so selber wieder rein. Nicht gucken. Nicht gucken. Nicht gucken. Weil das macht einfach nichts. Wenn ich einen aktiven Chat habe, dann ist alles gut. Wenn ich keinen aktiven Chat habe, dann spiele ich ein Spiel und dann ist es auch gut. Solange ich halt so meinen Spaß dabei habe, ist alles fein. Aber es gibt dann so... Man hat sich so manchmal überlegt, so, okay, was könnte ich jetzt falsch gemacht haben? Aber ich weiß genau, das ist die falsche Herangehensweise. Weil es gibt Leute, die arbeiten dann zu der Zeit vielleicht mal mehr. Dann sind andere Streamer vielleicht auch da. Und so weiter und so fort. Und das muss ja nicht persönlich an mir liegen. Aber man ist ja immer so negativ und gibt sich selber die Schuld daran. Und das ist halt, was mich unbedingt ablegen muss, weil ich genau weiß, dass es auch total unnötig ist. Und meine Motz mussten mich die letzten Wochen halt auch ein bisschen wach rütteln, weil ich jetzt zu der Weihnachtszeit, wo halt alle Leute Ferien hatten oder frei oder Urlaub, hatte ich echt sehr, sehr gute Zahlen. Und ich habe gesagt, ich werde gebottet. Ich werde geviewerbottet. Und meine Motz, nein. Doch, ich werde gebottet. Und das ist doch alles doof. Und ich werde wahrscheinlich bald gesperrt, weil das jemand meldet. Und meine Motz, okay, wir gehen jetzt jede einzelne Person immer wieder durch. Wir schmeißen alles raus, was ein Bot ist. Und dann, ja. Und dann haben die mir halt, ich glaube, eine Woche lang gesagt, das sind wirklich reale Personen, bis ich es dann begriffen habe und akzeptiert habe. Ich weiß auch nicht. Ich möchte immer gute Zahlen haben, aber wenn ich sie dann habe, dann traue ich dem Ganzen nicht. Okay. Ja, da möchte ich an der Stelle auf jeden Fall schon mal wirklich viel Erfolg wünschen, dass das eben klappt. Und dass du dich wirklich da nicht, ja, zu krass reinsteigerst. Also liebe Motz von Blondie, zieht die Zügel an. Passt auf sie auf. Genau. Aber um auf das Thema Rollenverteilung zurückzukommen. Ja, wie nimmst du das denn aktuell oder die aktuelle Situation der Rollenverteilung eben wahr in unserer Gesellschaft? Ich meine, ich habe immer das Gefühl gehabt, dass so langsam eine Umstrukturierung stattfindet. Dass eben nicht mehr dieses typisch Junge, typisch Mädchen und so weiter, dass das ist. Jetzt habe ich aber heute noch extra zum Talk jetzt hier eine Statistik gelesen, dass die meisten die klassische Rollenverteilung immer noch bevorzugen. Dass das wirklich ein Großteil der Menschen ist, die das so haben wollen. Gerade wenn die irgendwie wenn Kinder dazukommen, Familie und so, dann sowieso. Man muss arbeiten, Frau bleibt zu Hause, das bleibt auch immer noch so klassisch. Warum denkst du, ist das so? Weil es Gewohnheit ist und Leute mögen die Gewohnheit. Veränderung ist immer schwierig und die wird echt erst nach Jahren akzeptiert. Also ich merke das halt in meinem Freundeskreis. Ich habe nur tolerante Menschen und auch Leute, die auch wirklich, glaube ich, auch mal weinen, also Männer meine ich jetzt so, auch die auch mal weinen würden einfach so. Also nicht jeder. Also da habe ich auch wieder so ein, zwei Kandidaten, wo ich weiß, das würden sie niemals tun vor anderen. Aber so andere, wo ich sage, so ey, ich bin stolz auf dich, wenn du jetzt weinst oder so. Ich nehme dich gerne in den Arm, lass alles raus, spreche dich aus, ist alles fein. Aber ich habe halt auch so ganz viele Leute in meinem Freundeskreis, die auch sagen, auch Frauen, die möchten keine Kinder. Und das ist ja auch schon wieder nicht mehr typische Rollenverteilung, weil normalerweise jede Frau ein Kind will. Genau, Frauen müssen Kinder kriegen, die sind zum Gebären da. Ja, ich bin da zur Zeit, ich will es niemals zu 100 Prozent ausschließen, weil es halt niemals nie, aber für mich ist es zur Zeit einfach nicht im Kopf ein Kind zu kriegen. Und da kann ich jetzt so ungefähr, also mindestens fünf weitere aufzählen, die genauso denken. Und das ist, finde ich, schon fast untypisch, aber ja. Ja, das ist halt so krass. Ich meine, es ist doch dein Leben, deine Entscheidung, vor allen Dingen dein Körper. Also ich meine, dann kommen andere und fragen, ja, komm mal, du wirst ja jetzt langsam so und so alt, wirst nicht mal langsam Zeit. Und das ist schon krass. Das ist echt krass, dass die Leute auch davon ausgehen irgendwie. Auch bei Jobs oder Arbeit oder so. Ja, du bist eine Frau und dann wird die bestimmt mal ein Kind kriegen. Vielleicht stellen wir sie auch deswegen nicht ein, dann ist sie eh irgendwie zwei, drei Jahre raus. Und das ist halt einfach so krass. Ja, da ist nämlich auch wieder dieses, okay, eine Frau, wenn ich die jetzt einstelle, die ist jetzt in so einem gewährfähigen Alter. Vielleicht möchte sie ja auch nicht eingestellt werden, weil sie bald ein Kind kriegt oder so. Da ist man ja auch schon wieder mit Vorurteilen dabei. Aber viele Freunde wollen das gar nicht mehr, weil es halt einfach nicht passt in das moderne Leben teilweise. Ja. Sie möchten sich Frauen auf den Job konzentrieren. Und man kann sich das ja auch fast gar nicht mehr leisten, für mich ein Kind zu kriegen, wenn man mal ehrlich ist in der jetzigen Zeit. Was ich so teilweise gehört habe, ist schon... Es gibt viele Gründe, die auch dagegen sprechen, klar. Guckt ja die ganze Weltlage an, ist auch so eine Sache so, hm, andere überlegen sich, möchte ich in diese Welt ein Kind setzen? Das ist halt auch oft eine Überlegung. Ja. Hatten wir auch alles. Und deswegen, ich habe das Thema ja auch alles durch, mit Kinder kriegen und nicht. Und letztlich halt eben doch, aber klar, ich kann das nachvollziehen. Und ich kann auch nur von meiner Seite aus sagen, bei uns ist die Rollenverteilung überhaupt nicht klassisch. Das ist komplett, weiß ich nicht, wie man das sagen soll, 50-50, total frei einfach. Jeder macht das, worüber er Bock hat. Und dann würden andere sagen, ja, Bourbon ist jetzt zu Hause und kocht halt jeden Mittag oder putzt oder irgendwas und kümmert sich ums Kind oder hat vier Monate Elternzeit gehabt. Und das ist so, der ist ja ganz anders. Ich habe in Kitas gearbeitet. Guck mal, ich habe in der Kita gearbeitet lange Zeit. Das ist halt auch so, Mann in der Kita, ich war immer der Einzige. Ach krass, okay. Ist das so ein Frauenberuf? Ja, ja, total. Kitas, ich hatte noch nie männlichen Kollegen gehabt. Krass, okay. Ja, Erzieher sind sehr, sehr selten. Ich meine, deswegen ist es ganz gut, weil du jede Stelle kriegst, wo du dich bewirbst. Oh Mann. Aber es ist sehr selten, ja, ja. Es ist traurig halt eben. Weil Männer müssen einen Job machen, wo man gut Geld verdient. Das ist das Wichtige. Man muss Karriere machen als Mann. Sondern man muss aufsteigen. Habe ich auch mal gehört. Ich bin ja gelernte Friseurin. Ja. Und bei mir ist es eher selten, dass halt Männer drin sind. Und dann hat man ja auch Vorurteile, dass... Ach so, Friseure, ja, die sind alle schwul, natürlich. Genau. Ich wollte gerade versuchen, das Schönste umschreiben, aber genau das wurde nämlich auch gleich gesagt, wo ich mir auch so denke. Also entweder ist man halt Friseur, weil man halt eine dumme Frau ist. Das wurde mir auch leider so gesagt, so hä, du bist doch voll intelligent, warum möchtest du Friseurin werden? Und ich war so, hä? Weil es mir Spaß macht vielleicht, weil ich jetzt nicht unbedingt einen Job haben möchte, der mir keinen Spaß macht oder so. Und dann waren halt zwei Männer in der Klasse und da wurde halt auch gesagt, boah, das ist so untypisch. Okay, das war halt so, einer war schwul, der andere nicht. Aber war so, was willst du denn? Also zu dem Nichtschwul, warum willst du eine Friseur werden? Und ich war so, warum nicht? Das ist doch voll cool. Das ist ein handwerklicher Beruf. Ja. Und das ist halt krass, dass immer noch diese Rollenklischees da drin sind. Das ist einfach echt traurig. Und da gibt es Leute, die sich deswegen auch nicht trauen, ihren Wunschberuf zu machen oder das zu machen, was sie wollen, was sie lieben. Weil andere darüber denken, urteilen und weiß ich nicht. Also ich bin halt auch mit Eltern aufgewachsen, die auch sehr klassische Rollenverteilung haben und so. Und da hieß es auch immer, ja, warum machst du sowas Pädagogisches und so? Mach was Vernünftiges, hieß es dann mir gegenüber. Habe ich auch mal gedacht, geil, danke. Schön. Also ich mache nichts Vernünftiges übrigens. Ja, genau, so viel dazu. Aber bist du eigentlich viel auf Social Media unterwegs? Zu viel. Sehr gut, okay. Perfekt. Dann die Frage dazu. Es ist ganz schrecklich. Rollenverteilung in Social Media, gerade in Kommentaren zu Posts und sonst was. Es gibt immer wieder ganz viele Diskussionen. Wie nimmst du das da wahr? Es ist ganz schwierig. Ich bin momentan in einer relativ okayen Bubble. Dadurch, dass ich mich ja versuche, so teilweise vegan zu ernähren, kriege ich das da nur in dem... Da sind halt immer diese... Oh, wie kann ich die jetzt nennen? Die Uwes, die jetzt alles kommentieren so, Fleisch ist viel wichtiger und hier und da. Und dann kommen sie da so um die Ecke und man denkt sich so, okay, klar, du bist ein Uwe, pat, pat, setz dich mal bitte da hinten hin und schrei da weiter. Aber das ist halt so irgendwie... Da merke ich halt immer, dass ganz viele Männer immer ganz laut werden. Ja. Das ist so das Einzige, was ich da so wahrnehme. Und ansonsten gucke ich mir teilweise ungerne Kommentare an, weil ich diese ganze Hetze-Teile nicht mag. Ja. Deswegen habe ich Facebook gar nicht mehr. Da habe ich bestimmt irgendwo noch einen Account. Aber der ist komplett seit Corona nicht mehr angefasst worden. Da habe ich... Das war ja so gruselig, was da auf einmal alles gepostet worden ist, dass ich gesagt habe, Instagram ist netter. Das ist halt eben... Das ist so krass, ne? Das ist Social Media, ey. Ich mache halt den Fehler, ich gucke halt immer wieder an so in die Kommentare. Dann bereue ich das immer direkt wieder, nachdem ich in die Kommentare geguckt habe. Gerade wenn so Posts kommen, so Infoposts, weiß nicht, ZDF-Info, weiß ich nicht was. So Sachen, die informieren über irgendwas. Und dann kommt, aber wir Männer nicht und wir Männer werden nicht erwähnt. Warum immer nur die Frauen und warum sind alle Männer böse? Und so. Dann immer dieses... Stimmt. Diese toxische Männlichkeit, das ist so... Ja. Ich bin viel bei Funk unterwegs. Ja, Funk ist ganz schlimm. Ach, Funk ist... Endometriose oder so wird da aufgeklärt, eine Frauenkrankheit. Ja. Wann kommt denn mal ein Post über Männerkrankheiten? Ja, genau. Und dann zum Beispiel ist es ja so, dass Dummies halt immer an männlichen... Also die Autodummies und so, das sind ja alles so nach männlicher Statur nachempfunden und gar nicht nach weiblichen. Und dann haben die mal erzählt, so, ja, jetzt wird es auch mit weiblichen Dummies gemacht. Ja, warum denn? Ja, weil wir vielleicht anders gebaut sind. So ein bisschen. Und zum Beispiel auch Herzinfarkte sind bei Männern und Frauen ja auch so ein Riesenunterschied. Und das ist ja auch noch nicht so lange erforscht. Und das wird halt auch teilweise so runtergeredet, wo ich so denke, so, hä? Ist doch voll super. Oder möchtet ihr nicht, dass eure Frau länger lebt oder so? Hat das irgendwelche Gründe, warum ihr da jetzt so rumzieht? Anscheinend sehr unglücklich in der Beziehung, ja. Schade. Ja, es ist halt krass. Also Social Media kann sehr, sehr unglücklich machen. Also ich versuche mich auch hoffentlich dieses Jahr ein bisschen mehr davon zu distanzieren. Aber ich bin immer so neugierig, weil ich bin so neugieriger Mensch und gucke immer, was andere so dazu sagen. Und dann, weiß ich nicht. Schwierig. Ja. Okay. Weißt du, das ist ja auch so der automatische Begriff, wenn man auf Klo geht, nimmt man ja auch schon sein Handy mit und scrollt dann so schön die ganzen Reels durch, zumindest ich. Ich gebe es zu. Du bist eine Klo-Scrollerin? Okay, alles klar. Jedes Mal selbst im Stream pausen nehme ich mein Handy mit und antworte erst mal auf DMs. Das heißt immer, wenn ich jetzt ein DM geschrieben habe, warst du eigentlich gerade auf dem Klo. Okay, alles klar. Nicht immer, nicht immer, aber schon öfters. Okay, ihr habt's gehört, Leute. Wisst ihr Bescheid. Schreibt Blonnie mal alle bei Insta eine Nachricht und dann guckt mal, wenn ihr die bekommt, die Antwort, okay? Dann wisst ihr Bescheid. Ja. Okay, sollen wir das Thema denn so stehen lassen? Möchtest du noch was dazu sagen, bevor wir jetzt weitergehen? Möchtest du was Abschließendes dazu sagen? Ich finde einfach nur, dass man definitiv lernen sollte, den an der anderen Person zuzuhören, um da auch so ein bisschen so zwischen den Zeilen lesen zu können, wenn man merkt, dass es einer Person nicht gut geht, dass man da auch noch ein bisschen mehr drauf eingeht. Auch wenn es ein starker Mann ist, kann das auch mal sein, dass er auch wahnsinnig viele Gefühle hat und auch mal darüber reden möchte. und dass man auch sagt, leben und leben lassen. Wenn eine Person ein Kind kriegen möchte, dann möchte diese Person ein Kind kriegen. Wenn diese Person kein Kind kriegen möchte, dann möchte sie es nicht. Ende. Da muss man nicht weiter nachfragen und muss man auch nicht irgendwie diskutieren. Jeder hat seine Meinung und jeder darf halt so leben, wie er möchte, solange er niemanden verletzt oder gegen das Gesetz geht, finde ich. Dann ist alles fein. Da gehe ich immer von aus, aber okay, ja. Ja, okay. Unterstreiche das. Ich unterstreiche das so. Ja. Okay, dann lassen wir es so stehen und sprechen jetzt ein bisschen, du hast gerade schon mal angedeutet, eben über die Borderline-Persönlichkeitsstörung, BPS. Machst du direkt im Hintergrund die Infos auf, ja? Nein, nein, nein. Hallo, du brauchst die Infos nicht, du bist Expertin in deiner eigenen Krankheit, Symptomatik, das weißt du alles. Ich stelle jetzt keine krassen Fachfragen oder so, keine Sorge, es ist kein Test. Ja, aber ich möchte auch keine falsche Information geben. Nein, das nicht, aber deswegen auch die Trigger-Warnung sowieso, aber wir sind auch generell keine Ärzte, wir sind Leute einfach nur mit Erfahrungen, mit unterschiedlichen psychischen Erkrankungen und unterhalten uns darüber. So ist das halt. Das kann man nämlich vorab sagen, wenn ihr nämlich irgendwelche Probleme in der Richtung habt, Psychotherapeuten, Hausarzt, das ist eure erste Wahl. Genau. Aber Borderline. Oft gehört, aber erklären können es nur die wenigsten tatsächlich. In deinen Worten, kannst du es einmal kurz beschreiben? Borderline ist für mich einfach ein sehr starkes Schwarz-Weiß-Denken. Also Borderline, das heißt halt irgendwie Linie, Linie, so gesehen, man kann es halt auch einfach so sehen. Und man hat halt einfach diese Extreme auf der Seite und die Extreme auf der Seite. Es gibt selten was dazwischen, weswegen man halt auch immer von total happy zu total depressiv wird. Und man hat da auch so starke Stimmungsschwankungen innerhalb von Minuten, Stunden, je nachdem, wo man die eine Sekunde total glücklich ist und auf einmal ist man so wütend, dass man irgendwas kaputt machen muss. Also ich bin keine Person, die Leute verletzt. Das ist mir ganz wichtig, immer zu sagen. es gibt Borderliner, die Leute auch verletzen. Ich versuche es auf Gegenstände umzuwandeln. Ich habe es auch eine ganze Zeit lang auf mich umgewandelt, was sehr, sehr ungesund ist. Deswegen ja auch die Triggerwarnung. Aber ich werde halt auch nicht weiter drauf eingehen, weil das sind so Sachen, die sind nicht gut. Aber ja, man hat halt eine sehr schwierige Lebensweise. Man fühlt sich auch oft unverstanden. Dann hat man öfters ein Gefühl von Leere. Das ist ein ganz, ganz großes Zeichen davon. Liest du das gerade ab? Du liest das aber jetzt nicht ab. Nein, nein, ich gucke da hin. Okay, gut, ich wollte nur wissen, dass es deine Worte aussehen. Ja, okay, ich wollte es nur von dir hören. Ja, ja, deswegen. Ich versuche nur gerade so ein bisschen so mein Schemata so rauszusuchen. Deswegen ich es so habe. Man hat halt meistens irgendwie eine leichte Sucht, man hat eine Sucht, womit man versucht, seine Gefühle zu unterdrücken, weil man explodiert einfach. Man möchte es nicht. Man nimmt die Gefühle von den anderen stärker wahr. Also meine ist halt, dass ich relativ empathisch bin und dass ich halt auch viel rein interpretiere. Das heißt, wenn mir jemand etwas sagt und halt ein Wort anders klingt, als es sollte, aber so eine andere Stimmlage ist, fühlt sich das so wie so ein Angriff an zum Beispiel, wo man dann so merkt, oh, das war ein verurteilendes Ding. Und mittlerweile spreche ich es an, so hey, hast du das jetzt böse gemeint oder bin ich jetzt ein bisschen sensibel? Aber ja, man ist sehr, sehr sensibel. Das ist manchmal echt Wahnsinn. Und gemischt mit den Depressionen ist es halt, also man hat meistens nicht nur Borderline, man hat irgendwie so ein paar mehrere Erkrankungen, was gut zueinander passt in Borderline und ADHS, Borderline und Autismus und Borderline und Depression. Das sind so die Abzweigungen, was sich auch teilweise ein bisschen überschneidet. Weswegen es auch schwierig ist, das Richtige zu diagnostizieren. Ja. Okay, jetzt haben wir nämlich ganz viel auf einmal gehört. Ich habe das auch nur gesagt mit dem Bildschirm, dass es deine eigenen Worte sind, dass du jetzt dich wirklich nicht so in so einer Prüfungssituation oder irgendwie sowas fühlst. Weißt du wie so ein, du bist jetzt in der Schule, Blondi, jetzt halt doch mal ein Referat oder so über Borderline. Borderline oder so. Sondern wirklich, dass es einfach ganz locker und entspannt bleibt. Deswegen, also auch hier gilt das im Talk, wenn irgendwas ist und du dich angegriffen fühlst, dass irgendwas sein sollte, nachfragen. Das ist halt genauso. Ganz, ganz wichtig. Machen Menschen tatsächlich viel zu wenig, ob Borderline oder nicht. Generell ist es oft so, dass Leute beleidigt sind wegen irgendwas, was irgendwann mal irgendwie passiert ist und der andere hat es gar nicht so gemeint oder hat es noch nicht mal wahrgenommen. Ganz wichtig, generell einfach fürs Leben nachfragen. auch bei Kritik immer ganz wichtig. Sachliche Kritik, nicht persönlich nehmen. Ja, auch das. Das ist wahrscheinlich auch so ein Ding für dich. Kritik vielleicht wirklich von dir persönlich, also nicht persönlich nehmen. Kann ich mir zumindest vorstellen. Es kommt immer auf meinen Stimmungsgrad drauf an. Ja. Zum Beispiel heute bin ich ein bisschen sensibler oder ich bin seit Tagen ein bisschen sensibler, aber ich weiß nicht warum und da nehme ich halt so Kleinigkeiten schon anders wahr. Wenn ich so merke, ich rede mit so einer Person und irgendwie fällt die Stimmung, fällt meine Stimmung auch komplett sofort runter und ich merke so, scheiße, ich muss hier raus, weil sonst bin ich gleich irgendwie zu emotional oder nehme irgendwas falsch wahr. Deswegen, also das Nachfragen ist so, so wichtig, auch auf Arbeit. Selbst auf Arbeit darf man Fragen zu den Kollegen so, ey, wie hast du das gemeint oder zu Freunden, zum Partner, zur Familie. Das ist so, so wichtig. Das merke ich aber auch immer wieder. Du hast jetzt vorhin auch ganz viel eben genannt oder verschiedene Symptome auch genannt, was Borderline eben ist von Schwarz-Weiß-Denken, Stimmungsschwankungen, Impulsivität, Süchte, auch das hast du genannt, Verletzungen, Gefahren und alles. Was davon trifft denn auf dich zu? Alles davon, was du genannt hast, trifft es auf alles auf dich zu? Also das sind die Dinge, die bei mir sind. Deswegen konnte ich die gerade so auswendig sagen. Ja. Ich habe jetzt halt auch sowas da auch noch aufgelistet. Ja. Ich wollte halt nur wissen, ob das alles auch auf dich zutrifft, weil es ist ja schon eine Menge. Es ist einfach krass, was das so mitbringt. Also es ist halt auch das SVV, Selbstverletzendes Verhalten, das ist halt auch, das ist halt Selbstverletzendes Verhalten und Sucht, das ist ziemlich auf einer Ebene. Weil man kann sich mit vielen Dingen selbst verletzen, selbst mit der Ernährung. Das fängt da schon an. Ja, Ernährung, Süchte, auch Alkohol, Zucker, Fastfood. Richtig. Sex genauso. Habe ich auch gelesen, dass auch das so ein Ding ist, diese Suche nach Sex und immer den krasseren Kick und weiß ich nicht was und so. Ja genau, dann ist es häufig begleitet eben von Depressionen oder Angststörungen, posttraumatischen Belastungsstörungen. Das ist halt einfach so, so, so krass. Aber du hast vorhin auch gesagt, SVV, Selbstverletzendes Verhalten, gehört für dich auch dazu. Das ist auch ein Teil. Leider ja. Also ich habe oft das überwinden können. Es gibt aber manchmal so Momente der Schwäche, wenn man, ich weiß auch gar nicht, wie man sich das vorstellen kann. Ja. Ich versuche das mal zu erklären. Also es sind so, man selber ist dann so richtig, richtig kribbelig und weiß einfach nicht, wohin mit sich. Man hat so viele Gefühle. Also Borderliner empfinden ja auch bis zu dreimal stärker als andere Menschen, was ich halt auch wahnsinnig doll finde, weil wenn man verliebt ist, ist man halt einfach super verliebt. Also das ist dann so, man möchte, man würde alles für diese Person tun. Oder wenn man wütend ist, dann möchte man einfach alles niederbrennen am liebsten. Wenn man so eine Wut hat, man weiß aber auch nicht, wohin damit. Und wie gesagt, ich möchte niemals andere Menschen verletzen, weil das ist für mich so ein riesiges No-Go. Das ist, egal wie sehr ich eine Person nicht mag, ich würde diese Person nicht verletzen wollen. Ja. Außer zur Selbstverteidigung oder sonstiges. Das ist halt im Endeffekt, aber diese Wut ist dann so, dass man sich auch gar nicht, ja, und ich habe leider gelernt über Jahre diese Wut auf mich zu projizieren, sodass ich mir gesagt habe, ich bin an allem schuld. Ich bin das Problem. Und dadurch kam halt auch dieser extreme Selbsthass, der halt auch sehr, sehr oft wieder hochkommt. Und da kommt dann halt auch wieder das Thema zur Geltung mit Vergleichen und gucken, bin ich schuld? Warum habe ich jetzt da zum Beispiel weniger Zuschauer gehabt? Habe ich mich da schlecht verhalten? Ach, ich bin sowieso eine doofe Person. Und ich mag ja eh keiner, mich vergisst ja gleich jeder und da kriege ich immer so vor, ist auf den Deckel, wenn ich das sage. Aber das sind halt so ganz, ganz viele Begleitgedanken, die man immer wieder hat und das ist super anstrengend. Natürlich ist es auch ein bisschen mit den Depressionen, das hat nicht nur mit Borderline oder so zu tun. Es ist für mich aber schwierig, das abzugrenzen vom Gefühl her. Hast du dich denn dann eben wirklich nur aus Selbsthass verletzt oder ist das auch in dem Sinne von wegen ich muss irgendwo die Emotionen, halt dieses Kribbeln, was du gesagt hast, irgendwie loswerden? Ist das so eine Art Ventil? Mittlerweile ist es halt so eine Stufe für mich. Das ist halt so, ich muss es loswerden und ich verdiene es. Ach so, ach so, okay, ich verdiene es, ich muss mich selbst bestrafen quasi für mich, wie ich bin. Aber ich möchte es nochmal so sagen, jeder Mensch ist wunderbar, jeder Mensch hat ein Recht zu leben und das sind ganz, ganz schlimme Gedanken, darf man nicht haben oder die sollte man nicht haben und wenn irgendwer, der das jetzt hier hört, merkt, dass er sowas hat und nicht in Therapie ist oder noch nie mit jemandem darüber gesprochen hat, wende dich an eine vertraute Person, sei es Freunde, Familie, Hausarzt, bitte, das ist ganz, ganz wichtig, weil du bist wichtig, du bist liebenswürdig und du hast definitiv ein Recht zu leben und glücklich zu sein. Das ist mir immer ganz, ganz wichtig, sowas ganz oft zu sagen. Absolut, absolut. Also ich kann das halt eben auch echt nachvollziehen. Ich habe auch mal eine Phase gehabt, wo ich mich selbst verletzt habe, aber es war halt eben nur eine Phase tatsächlich, aber wenn ich mir vorstellen müsste, mein Leben damit zu leben, dann ist das halt auch einfach, das ist halt unbeschreiblich. wie machst du das? Also wie gehst du damit um? Was machst du einfach so, um deinen Alltag quasi zu überstehen? Also in ganz vielen Therapien lernt man über Skills, sich zu kontrollieren. Warst du viel in Therapie? Nee, nee, aber warst du viel in Therapie? Das wolltest du mal sagen? Ach so, ja. Seitdem ich zwölf war, immer wieder. Ich habe teilweise ganz viele Therapeuten gehabt, aber ich kam mit denen auch nicht zurecht, weil teilweise habe die mir Wörter in den Mund gelegt und das kann ich gar nicht ab. Also wenn ich was erzähle und die macht dann eine andere Geschichte draus, das konnte ich halt als Jugendliche nicht ab. Ich war jetzt, okay, ich weiß nicht, ob die Reha-Klinik auch als Klinik zählt, aber die war jetzt medizinische Reha. War ich jetzt, wenn ich die jetzt mitziele, viermal in der Klinik, also stationär. Und dann auch ambulant. Also schon immer wieder öfters. Und ich finde es auch überhaupt nicht schlimm. Ich finde, das ist voll legitim. Das erste Mal war mit 16 und da hat man sich schon noch ein bisschen geschämt. Aber warum? Also man ist so stark, dass man sich helfen lässt. Also finde ich, es zeugt das nur für eine Stärke. Und auch einen Therapeuten suchen, das ist nicht einfach. Und ja. Ich bin übrigens ein Mensch, ich komme sehr schnell immer auf andere Themen und bin so pew, 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 pew und vergesse dann, wo wir davor waren. Also ich weiß gerade nicht mehr, was wir davor noch gesagt haben. Wie oft du in Therapie warst, war die Frage eigentlich nur? Achso, wie oft? Oh Gott, kann ich echt nicht sagen. Also das war sehr, sehr oft. Okay. Weil ich die nicht, weil ich die immer wieder abgelehnt habe. Und dann war ich halt mal ein Jahr dort, war ich halt ein paar Wochen dort und da habe ich gemerkt so, es muss halt auch passen. Ist einfach so. Und jetzt halt dauert das ein Jahr lang, bis man einen Termin hat bei einem Therapeuten. Das ist halt super anstrengend und schade. Aber die können ja auch nichts dafür, dass sie keine Termine haben. Das ist halt. Die können am wenigsten dafür. Aber die ursprüngliche Frage war auch tatsächlich, wie du damit umgehst in deinem Leben. Genau. Also im Endeffekt ist es so, dass man sich sehr viel Me-Time einbauen sollte. Und dass man da so schaut, dass man auch, also ich glaube, ich würde jetzt immer sagen, jeder Borderliner ist kreativ. Also ich zum Beispiel, ich häkel, ich male Bilder, dann wie gesagt, was für den Cosplay. Ich habe auch Diamond Panty gemalt, gemalt, so gezeichnet, so allgemein. Das, was man da hinten sieht, dieses Brewing, habe ich mit einer Freundin zusammen immer gemacht. Ich habe ein ganzes Regal nur mit Kreativzeugs da hinten stehen. Also man versucht, sich da so abzulenken mit. Und wenn man halt merkt, dass man halt überkocht, hat man theoretisch in einer Skillkette gelernt, wo man so verschiedene Sachen hat, wo man Sachen zum Anfassen hat, so irgendwie, es gibt ja diese Kinderspielzeuge, die so ein bisschen glibrig sind, die so ein bisschen Kugeln drin hat oder so, dass man sowas hat. Es gibt solche Unendlichkeitswürfel, Schoki. Manchmal heilreicht es auch schon, einen Tee machen, sich das gemütlich machen. Ich habe mir jetzt angewöhnt, eigentlich immer Lichterkette an. Ich habe eine Gewichtsdecke, die benutze ich dann und versuche mir dann mit dem Tee und alles super cozy zu machen, damit ich da auch so dieses Wohlgefühl habe. Und wenn es ganz, ganz schlimm wird, gibt es sowas wie saure Bonbons, Chili-Bonbons oder Ammoniak. Also wenn man wirklich so abdriftet, dass man dann irgendwas sich wieder in diese Realität holen muss. Ja, das habe ich auch schon bei Panikattacken gehört. Genau. Ja, wurde mir auch schon empfohlen, ja. Das gleiche Prinzip ist, du bist halt einfach quasi kurz unter Schock. Dein Körper ist auf etwas anderes fokussiert und du bist halt wieder im Jetzt. Du holst dich halt wieder in die Situation. Ja, spannend auf jeden Fall. Cool, ja. Was ich halt noch ganz gut sagen wollte mit Borderlinern, die haben halt eine Grundanspannung. Also das kann man sich immer so gar nicht vorstellen. Aber wenn man unter Stress ist, dann ist man ja immer so ein, also ist man ja von, sich so super unangenehm, man hat halt einfach so verkrampft. Und Borderliner stehen tatsächlich meistens schon mit so einer Grundanspannung auf, sodass halt so kleine Events einen schon so triggern, dass man halt in so einen Bereich kommt, dass man auch nicht mehr damit arbeiten kann. Weswegen halt auch vielen Leuten das schwerfällt zu arbeiten. Weil wenn da so ein paar Kleinigkeiten passieren, verliert man irgendwann das Gesicht. Man versucht immer zu lächeln, man versucht immer freundlich zu sein. Aber ab einem gewissen Punkt, wenn man halt einmal so richtig gebrochen ist, dann ist es halt schwierig, da wieder in diese Rolle reinzukommen mit alles ist fein, alles ist supi, man springt durch die Gegend wie ein kleiner Flummi. Ja. Ich habe gereimt. Entschuldigung, ich freue mich über sowas. Das ist auch gut so. Kleine Freude sind wichtig, ey, absolut. Gerade bei so einem Thema. Ich finde das halt krass, wie viele Überschneidungen, das ist halt bei allen psychischen Erkrankungen so, das ist halt, vieles überschneidet sich einfach und du hast ja auch gesagt, vieles hängt zusammen. Ich bin jemand, der eine Angststörung zum Beispiel hat und auch Depressionen hat und ich bin auch ein sehr sensibler Mensch und diese Überschneidungen merkt man halt gerade diese Grundanspannung. Es ist das gleiche wie bei Ängsten. Jemand, der Ängste hat, weiß ich nicht, und morgens zur Arbeit fahren muss oder so, da können schon viele Angstsituationen auf dem Weg halt auftreten, wo du denkst, okay, das ist für andere normal, aber für mich ist das halt einfach Pressure. Also es gibt Tage, da denkt es einem besser und es gibt Tage, da wird man am liebsten zu Hause bleiben und sagen, ich kann nicht oder so. Es ist gerade nicht möglich. Aber ja, was ich noch fragen wollte, nimmst du irgendwie Medis, Tabletten oder irgendwas in der Art? Ja. Ich bin jetzt so tatsächlich die letzten, sagen wir jetzt schon mal zwei Jahre, drei Medikamente durchgetestet und jetzt habe ich ein relativ schwaches, was halt für mich antriebssteigernd ist, weil mein Problem ist es halt auch, dass ich nicht aus dem Bett komme, dass ich halt einfach drin liege und halt einfach nicht hochkomme. Also man versucht es wirklich. Durch die Reha habe ich Gott sei Dank auch da wieder den relativen Rhythmus reinbekommen. Aber es ist halt super schwierig, deswegen antriebssteigernd. Und ich glaube, Serotonin ist das, was einem fehlt, oder? Das ist so, wenn man Depressionen hat, meistens Serotonin? Äh, nee, du hast so viel Serotonin, glaube ich. Du hast ja diese Serotonin-Aufnahme-Hämmer, die du nimmst, die das, glaube ich, oder? Also es sind halt Serotonin-Aufnahme-Hämmer, das heißt, ansonsten Chat, Serotonin wird... Ich muss mal kurz gucken, was da drin steht. Ja, guck mal sonst nach, bevor wir irgendeinen Quatsch erzählen. Also ich nehme auch Antidepressiv aus dem Serotonin-Aufnahme-Hämmer halt. Serotonin fehlt, ja, okay. Du hast zu wenig Serotonin, es sind Serotonin-Wiederaufnahme-Hämmer. Ach so. Ja, deswegen... Man hat zu wenig Serotonin. Ja, genau, okay. An Mangel an Serotonin kannst du eine Reihe von Symptomen führen, darunter Depressionen, Angstzustände und Schlaflosigkeit. Kann auch zu Kopfschmerzen, Migräne... und zwanghaften Verhalten und impulsiven Gedanken führen. Deswegen da ist, glaube ich, noch ein bisschen Serotonin drin, sodass es halt da wieder ein bisschen mehr ausgeglichen ist und halt stimmungsaufhält und ausbalancierend, was man halt alles braucht. Was man so braucht, genau. Um gute Laune zu haben. Was mich interessiert ist, du hast ja auch vorhin gesagt, dieses Borderline kann doch oft sein in diese extremen Dinge halt stürzen. Hast du dich selber schon mal in irgendwelche Situationen gebracht, die für dich gefährlich waren? Jetzt nicht unbedingt selbstverletztes Fallen oder so, aber auch, wo du sagen würdest, ey, weiß ich nicht. Ich habe halt auch gelesen, dass viele Leute dann irgendwie Autofahren, so Autorennen suchen oder halt eben auch mit Züchten, mit Alkohol übertreiben oder weiß ich nicht was. Tatsächlich ist es bei mir wirklich, merke ich halt immer diese Alkoholmissbrauch. Das ist ganz, ganz schrecklich. Ich will davon unbedingt wegkommen. Also ich bin keine Alkoholikerin oder so, aber wenn ich einmal was anfange, dann ist es für mich, dass ich halt, für mich war es jahrelang irgendwie so, ich trinke und vergesse. Und das habe ich ganz, ganz schrecklich aufgebaut. Und das habe ich leider immer noch, obwohl es das Schlechteste ist, was man tun kann. Es ist vollkommen in Ordnung, ein, zwei, drei Bier zu trinken. Aber das, was ich mache, ist halt so nicht mehr gesund, sage ich jetzt mal. Und das ist ganz schrecklich. Und so mit Autofahren hatte ich das auch schon öfters, dass ich dann viel zu schnell und viel zu hektisch gefahren bin. Also Autorennen und sowas mag ich gar nicht, das nicht, weil ich möchte keine anderen Personen gefährden. Ich mache sowas immer nur auf Landstraßen, wo ich halt sehe, das halt, oder habe es immer nur auf Landstraßen gemacht. Deswegen ich momentan probel, dass ich kein Auto habe, weil ich halt einfach auch gar nicht in dieses Verlangen komme. Okay. Also das Lustige, man redet ja immer sehr schlecht über sich selber. Oder man redet ja immer sehr ironisch über sich selber und lacht ja selber drüber, was einfach überhaupt nicht lustig ist. Aber letztes Jahr hatte ich einen Mini-Auto-Unfall. Ich hatte einen Auffahrunfall, weil ich dissoziiert bin. Ich weiß nicht, ob du sowas mit Angstzuständen kennst. Nee, muss man erklären. Das ist, dissoziieren ist so, du kriegst gerade gar nichts mit. Also du bist gerade eigentlich gar nicht anwesend. Das ist so wie Tagträumen, nur extremer. Also du bist halt überhaupt nicht anwesend. Und du bewegst dich so, dass du halt einfach den normalen Rhythmus hast, aber du bist gar nicht vom Kopf her irgendwie da. Du bist abgeschaltet. Und da bin ich letztes Jahr so aufgefahren bei einem anderen Auto, was überhaupt nicht stimmt, was passiert, außer dass mein Auto sich wie eine Ziehharmonika zusammengeklappt hat. Ein japanisches Auto. Der VW hat nichts abbekommen. Der hatte nicht mal einen Kratzer. Mein Auto war einfach, Scheibe vorne war, nicht mehr richtig drin. Und es ging mir super. Aber ja, da habe ich halt gemerkt, dass ich nicht mehr gut drauf bin. Und dann bin ich dann letztes Jahr auch in eine extra Borderline-Klinik gegangen. Und da habe ich dann auch nochmal super viel gelernt. Aber da habe ich so gemerkt, das geht einfach gerade nicht mehr. Und das war halt einfach viel zu spät. Und man muss halt wirklich vorher merken, ich habe mich isoliert. Ich habe angefangen, viel zu schlafen. wenig soziale Kontakte und ganz, ganz doll meine Hobbys eingeschränkt. Ich habe fast, ich bin so von der Arbeit nach Hause, ich habe dann halt drei Tage, glaube ich, zu der Zeit gestreamt. Das habe ich dann versucht einzuhalten. Das war purer Stress. Und dann bin ich sofort schlafen gegangen. Bin morgens viel zu spät aufgestanden, war dann auf Arbeit und bin dann halt schlafen gegangen. Also das ist ganz schrecklich. Und da muss man echt schon merken, wenn man so einen Rhythmus hat, Hilfe suchen. Sei es Hausarzt, Freunde, Familie, aber es ist so, so wichtig. Ja, du siehst ja auch, wie schnell das gehen kann. Es ist ein Aufhauunfall gewesen, aber es hätte auch was ganz anderes sein können. Ja. Und dann im noch schlimmeren Fall nimmst du noch Leute irgendwie, verletzt du halt andere noch. Richtig. Dann wird wahrscheinlich auch der Selbstherr steigen und du wirst dir weiter Vorwürfe machen und Teufelskreis dann auch in dem Sinne dann. Ja. Genau das. Ja. Deswegen auch wichtig, dass du das für dich auch gemerkt hast. Dass nichts Schlimmeres passiert ist, dass du Glück gehabt hast. Ja. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe einen Riesenglücksengel. Ja. Der hilft mir. Möge der lange auf dich aufpassen halt. Möge der nicht irgendwie abdriften und tagträumen dann. Ja. Darf man fragen, ob du in einer Partnerschaft lebst? Tatsächlich ja, in einer ganz, ganz frischen. Also ich habe das in meinem Stream noch nicht weiter thematisiert, weil es bisher noch nicht so aufgekommen ist, aber ich kann es auch gar nicht mehr verneinen, weil ich bin keine einzige Nacht in meiner eigenen Wohnung. Das ist zurzeit mein Büro. Okay. Ja. Die Frage ist halt nur darauf gehend, weiß dein Partner das oder Partnerin das? Je nachdem. Und genau, welche Eigenschaften muss die Person da mitbringen? Jetzt speziell für Borderline? Ja, ja, um mit dir klarzukommen. In einer Beziehung halt eben. Also mir ist es halt immer ganz wichtig, dass so das Erste, was ich den Leuten erzähle, wenn man näheren Kontakt aufbaut, dass ich Borderline habe und dass es manchmal mit mir schwieriger sein kann, dass ich vielleicht Dinge anders aufnehme und Dinge anders fühle als andere Menschen. und da ist es mir sehr, sehr wichtig, dass die Leute halt, also dass der Part gegenüber sich einstellen kann. Ich gebe manchmal sogar so ein kleines Handbuch mit, so hey, wenn ich mich so und so verhalte, dann Abstand. Wenn ich mich so und so verhalte, bitte nimm mich dann einfach in den Arm. Mittlerweile kann ich das ein bisschen besser kontrollieren. Aber mir ist es halt wichtig, dass mein Partner ehrlich ist. Ehrlichkeit ist so, so wichtig. Vertrauen. Die Person, ich hatte mit meinem Ex-Freund, dass er hinter meinem Rücken mit meiner Mutter gesprochen hat und die sich den abgesprochen haben und das hat mich so wütend gemacht, das kann ich gar nicht ab. Und für mich ist auch wichtig, dass die Person Absprachen einhält. Wenn man sagt, machst du das, dass die Person das auch macht, weil sonst gehe ich irgendwie so durch. Für mich sind auch so Zeitsachen ganz schwierig, wenn die Person sich an Zeiten nicht halten kann. Da geht auch bei mir irgendwie super der Stress los. Ja, ich glaube so, das sind so jetzt sogar die spontanen Dinge, die mir einfallen. Ja. Ja, aber ich finde es gut eben, dass du das eben offen thematisierst und nicht irgendwie versuchst, runterzuspielen oder irgendwie sagst, oh, das und das ist, weil früher oder später wird es eh in dem Sinne auffallen oder mal eine richtig Scheißphase erleben und, und, und. Und dann fragt man sich auch, wer ist der Mensch? Man kann es ja nicht vorspielen halt lange. Nee. Das Schlimme an Borderlinern ist halt auch, dass sie sehr sympathisch wirken am Anfang, weil ich bin zum Beispiel eine Person, es gibt kaum Dinge, die ich nicht mitmachen würde. Ich würde, gehe Paintball spielen, ich gehe bowlen, ich zocke, ich würde Fußball spielen, ich würde mir jeden Film mit anschauen und so weiter und dadurch sympathisiert man sehr schnell mit mir und hat halt auch gleich relativ viele Gemeinsamkeiten und da ist halt auch immer so das Problem, dass so nach einem halben, so drei bis sechs Monaten ist halt so die Maske auch so runter, dass ich dann halt auch mal mehr Stimmungsschwankungen habe. Zuerst ist es halt immer sehr, sehr normal und irgendwann ist es halt so impulsiver manchmal und das ist halt so eine Sache, wo man halt auch, unbedingt drüber reden muss. Und mein jetziger Freund ist halt auch so, er möchte unbedingt wissen, wie ich reagiere irgendwie in solchen Filmen. Er möchte wissen, worauf er sich einlässt. Ich kann es ihm halt selber nicht sagen, weil bei jedem Freund oder Ex-Freund habe ich halt anders reagiert. Es kam halt immer darauf an, wie wichtig mir eine Person war und in welchem Verhältnis man denn doch so zueinander gestanden hat und in was für einer Situation man war. ist halt ganz schwierig. Ja, eben, Situationen sind auch oft individuell und ja, kannst dich ja mal filmen beim nächsten Mal in der Situation, dann kannst du es ja zeigen. So, hey, guck mal, so war ich drauf. Auf das ist das, worauf du dich eingelassen hast. Hier, guck. Ja. Aber jetzt für mich noch zum Abschluss. Du bist ja jetzt eben eine Person, die durch Streamen halt auch eben in der Öffentlichkeit quasi steht. Wie gehst du damit um? Würdest du quasi sagen, weiß nicht, bist du auch sensibel im Stream? Bist du eine andere Person? Reißt du dich da mehr zusammen? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin minimal anders. Also ich versuche, so authentisch wie möglich zu sein, weil ich das nicht mag. Also klar, wenn man eine Rolle einnimmt oder so und sagt jetzt, ich bin Miss Kartoffelpüree und ich bin immer sehr aufgedreht und springe einfach nur im Kreis, dann ist es was anderes. Aber ich möchte mich selber darstellen und bin ein bisschen hibbeliger als sonst. Also hier versuche ich mich jetzt relativ ruhig zu verhalten. Ich bin ein bisschen aufgedrehter, aber ich bin auch ziemlich hart. Würde ich sagen. Weil wenn irgendwas passiert, also entweder spiele ich mit Hatern. Also wenn da irgendwer reinkommt, spiele ich mit denen. Weil ich das gar nicht an mich ran lasse. Weil da habe ich so keine persönliche Beziehung zu. Deswegen Hater oder so, das ist für mich so pappelapapp. Die interessieren mich nicht, weil wenn was mit Freunden ist, das geht mir nah. Ich hatte, eine Freundin hat mir die Freundschaft gekündigt. Ich habe zwei Jahre danach noch geweint, weil mir das so nahe ging. Weil man jahrelang was zusammen unternommen hat. Aber so eine Person, die jetzt sich Fortnite Boy 69 nennt, da habe ich jetzt nicht so viel Respekt vor. Komisch. Komisch, ne? Ich weiß auch nicht. Aber es beeinflusst deinen Streamer nicht so krass. Nur, dass du vielleicht manchmal sagst, du brauchst die Pause für dich, Leute entfällt der Stream oder so. Also das schon. Also mitten im Stream, meine Freundin merkt das immer, wenn ich im Stream nicht gut drauf bin. Das ist krass. Die merkt das sofort. Andere Leute sehen das gar nicht, aber sie merkt das sofort. Aber ich habe das momentan leider so, dass ich meine Streamer öfters absage, weil ich gemerkt habe so, ey, ich würde jetzt gerne mit euch zocken, aber ich werde nicht die Laune aufbringen, die ich mir als Standard setze. Weil für mich ist so, ich habe zurzeit keinen Job und für mich ist Streamen, versuche ich gleichzustellen mit einem Job, um für mich halt einfach diese Regelmäßigkeit beizubehalten. Ja. Das ist halt so, dass ich mir sage so, ey, ich mache mich jetzt fertig, ich habe um diese Uhrzeit meinen Stream und dann versuche ich da zu arbeiten. Es ist Arbeit. Das ist halt, man weiß immer gar nicht, wie viel dahinter steckt. Da kommt ja so viel hinterher und dann halt auch noch alles. Streamen ist Arbeit, ja. Ja. Absolut. Leute, die nicht selber streamen, das ist auch oft so schwer zu beschreiben. Man kann es, glaube ich, echt schwer nachvollziehen, wenn man es nicht selber gemacht hat. Ja. Und es gibt solche und solche Streamer. Es gibt Leute, die machen halt gar nichts für den Stream und sagen so, ich bin jetzt da. Ja. und die machen halt auch, also ich versuche halt wirklich eine Qualität zu bieten. Es gibt aber auch Leute, die sitzen dann da, warte, so in dem Stuhl, man sieht sie gar nicht. Qualität ist halt so drei Pixel und ja, die sind da jetzt, für die ist es einfach, sage ich jetzt mal. die haben ja nicht so viel Arbeit, vielleicht wie andere. Gut, dann würde ich sagen, bevor wir jetzt gleich ins Speedhead hingehen, von dir noch abschließende Worte eben zu dem Thema, was du Leuten oder auch zu allen Themen oder gerade, was wir vorher besprochen haben, was möchtest du Leuten, die das Video sehen oder jetzt gerade leistet, was möchtest du den Leuten mitgeben? Schämt euch nicht für eure Probleme. Ihr seid niemals alleine damit. Wenn man einmal so ein paar Themen anspricht und so da Leute findet, die so ähnlich empfinden, dann weiß man einfach, dass man nicht alleine ist, weil man ist nie alleine mit Gefühlen, Situation, Problemen. Es gibt immer andere Leute, die das mitteilen. Aber das Wichtigste ist einfach reden. Und wenn es Personen sind, die euch runtermachen, die euch nicht für wichtig genug nehmen, dann sind das keine besonderen Personen für euch im Leben. Dann sind das Lektionen. Diese Person war eine Lektion. Und weiter. Weil wenn ihr euch eine Person nicht schätzt, dann ist sie es nicht wert. Und du bist es wert. Okay. Dann Dankeschön für die abschließenden Worte. Und generell für diese vielen ehrlichen und direkten Erfahrungen, die du eben so gemacht hast. Weil es eben sehr persönlich ist. Vielen, vielen lieben Dank dafür, dass du das quasi mit uns teilst. Ja. Wir gehen jetzt in den dritten Part. Das war so ein Cut von sehr ernst, sehr deep zu absolut oberflächlich und lustig. teilt eben dementsprechend. Wir gehen jetzt in Speed Dating. Und danach, lieber Chat, seid ihr dran. Wenn ihr dann noch Fragen zu den Themen habt oder zu Blondie generell irgendwas sagen wollt, wie sie sich so geschlagen hat oder einfach was loswerden wollt, was Nettes, dann könnt ihr euch das jetzt schon überlegen. Genau. Ich mache eine Ansage für Speed Dating. Weil das auf YouTube immer separat hochgeladen wird und dann starten wir direkt. Okay. Gut. So, ihr Lieben, wir sind jetzt beim Speed Dating und bei mir ist die liebe Little Blondie und du bekommst jetzt von mir jede Menge Fragen gestellt und beantwortest sie einfach so spontan und intuitiv wie möglich. Bist du bereit? Okay. Bestimmt. Sehr gut. Magst du Bourbon? Nö. Der beste Kuchen ist? Der beste Kuchen? Der von meiner Oma. Die macht so Nusskuchen. Der ist geil. Wie oft trägst du Schnauzer? Oh. Einmal im Monat. Das Tollste an Sessi? Ihr Charakter. Alles daran. In welchem Game hast du die meisten Spielstunden? Seven Days to Die. Weißt du wie viele? Auswendig nicht. Wofür gibst du am meisten Geld aus? Hardware und Spiele und Klamotten. Wer ist dein größter Fan? Meine Mods. Heute schon ein Gefühl getanzt? Nee. Leider noch nicht. Was würde dir dabei helfen, in einer Zombie-Apokalypse zu überleben? Boah. Ich habe ein kleines Survival-Kit tatsächlich. Das wird mir helfen und so eine Mini-Armbrust. Das ist ganz wichtig. Muss man jetzt schon im Vorwisalber haben. Wie blond bist du eigentlich? Ich glaube, ich habe schlecht gefärbt. Das ist tatsächlich mein normales Blond und in weil es lang waren, war ich super, super hellgelbblond. Was hilft dir beim Einschlafen? YouTube-Videos. Und was hilft dir beim Aufstehen? Niemand. Ananas auf Pizza? Ja. Wie tanzt man in deinem Kult? Da muss ich mich aber ganz das einmal fertig machen. Das war gar nicht meine Absicht. Ich höre leider nichts. Das ist gut. Aber man hat da so getanzt. Wichtig und richtig. Sehr gut. Immer mit Pikachu-Mütze. Perfekt. Dein Lieblings-Pokémon? Felinara. Was war das Wichtigste für dich im letzten Jahr? Ja. Das ist also einmal die Erfahrung von Rock am Ring, weil das ein super geiles Festival war und das war super schön. Und dass ich Freunde hier vor Ort habe, an denen man vertrauen kann und mit denen man echt Spaß haben kann. Womit kann man dich beeindrucken? Humor. Und komische Sachen mit Körper. Körperteilen. Weil man irgendwelche so komische hat man das gut gehört? Nein, aber man kann nicht mit Körperteilen beeindrucken. Also wenn man irgendwelche Anomalien hat oder irgendwas komisches hat. Ich finde das super spannend. Nein, also ich kann das nicht beschreiben, aber Leute, die Leute sind so überbeweglich oder so und ich finde das super cool. Okay, soll ich jetzt mal sagen, möchtest du meine Anomalien mal sehen? War natürlich Spaß. Feste Anwortsprung. Ja, genau. Ja. Die Blondie, Gott. So, weiter geht's. Nutella-Brot mit oder ohne Butter? Mit. Wie beschreiben dich deine Freundin in drei Worten? Boah. Äh. Verrückt? Ja. Mir fällt das Wort nicht ein. Verrückt, lustig und kreativ. Drei Songs, auf die du voll abgehst. Boah, zur Zeit Eisnein Kills, ähm, Welcome to Horror World, dann von Slaughter to Prevail, Demolisher und Sweet Dreams von Eurythm. Weißt du noch, was die zweite Frage war? Ob ich Birken mag? Was ist deine größte Schwäche? Vertrauen in mich selber und ähm Durchsetzungsvermögen. Ich mache Sachen manchmal nicht lang genug. Wann hast du das letzte Mal gerülpst? Extra kurz, bevor wir telefoniert haben, damit ich hier nicht rülpse. Du hast eine Wunschreise gewonnen. Wo geht das hin? Ähm, am liebsten eine Weltreise, aber ansonsten einfach, äh, Australien, Neuseeland. Wenn du ein Fantasywesen sein könntest, welches wärst du gerne und warum? Wahrscheinlich wäre ich halt einfach ein Dämon. Aber halt so ein cooler, der sich halt in eine menschliche Form verwandeln kann, aber halt auch in der Hölle ist und Leute quälen kann. Ich bin super lieber Mensch, aber ich hätte richtig Leute, also Leute, die es verdienen, zu foltern. Eine Mordwaffe mit B. Beil. Was bringt dich zum Lachen? Alles. Was bringt dich zum Weinen? Auch alles. Glückwunsch, Blondi, du bist jetzt Weltherrscherin. Was ist deine erste Amtshandlung? Weltherrscherin, kein Krieg mehr und wir konzentrieren uns auf das, mehr auf Medizin. Und dieser Talk in einem Satz? Sehr starker Deep Talk, aber trotzdem entspannt und ruhig. und dein Gesichtsausdruck, wenn dir jemand sagt, dass Frauen nur dafür da sind, um Kinder zu kriegen. Ich war halt einfach so piech. Dankeschön, du hast es geschafft. Yay. Vierter Part. Jetzt darfst du gerne den Chat öffnen und Leute, ihr dürft eure Fragen stellen oder eure Sätze raushauen, wie Blondi sich so geschlagen hat oder zu den Themen, ob ihr irgendwas gelernt habt, ob ihr irgendwelche Fragen noch habt, ob ihr irgendwas wissen wollt, auch zum Thema Borderline oder, oder ja, was auch immer euch in den Sinn kommt. Haut's raus, ihr könnt auch einfach irgendwelche Fun-Fragen wie beim Speedlighting fragen, whatever, wir sind für alles offen und ich lese dir gleich die Sachen los, äh, los. Wenn es gleich losgeht, lese ich dir die Sachen vor, so. Jetzt kommen ja schon ein paar Fragen, ich sammle noch kurz und dann, äh, für mich die Frage, ähm, wie geht's dir gerade? Ah, ich bin viel entspannter als am Anfang. Also es ist, wie gesagt, du bist ein super entspannter Mensch und, äh, es macht voll Spaß, so hier zu sein. Ich hab nur einfach Angst zu laut, äh, zu viel zu reden und es tut mir leid wegen den Zügen. Ich weiß nicht, was mit denen los ist. Die hupen halt immer bei mir. Ich weiß es nicht. Hört man gar nicht tatsächlich. Also es kommt hier nicht an. Echt? Ja, echt. Oh, krass. Nee, hört man nicht. Dann ist ja gut, dann hab ich nichts gesagt. Mhm. Ja, voll gut. Ähm, schön, schön, dass es dir gefällt und dass du dich eben, ähm, beruhigt hast. Ähm, ja, ich glaube, es liegt einerseits an meiner Art, dass ich was ruhiger bin, aber ich glaube auch an dem Aufbau ist es ganz gut, dass man erst so ein bisschen locker redet über Twitch, weil es das, was dir Spaß macht und dann so ein bisschen in den Deep Talk halt eben geht, ne? Anstatt direkt damit einzusteigen oder so. Ich glaube, das ist, glaube ich, so ganz gut. Ich glaube, ich glaube, ich sag viel Glaube und du sagst viel Tatsächlich. Wir sollten uns zusammen tun. Ich glaube tatsächlich. Ich glaube tatsächlich, ist super. Tatsächlich glaube ich. Ja. Perfekt. Machen wir einen Co-Op-Stream und dann glauben wir einfach nur rum. Okay. Also, äh, Mim, ist Mim richtig? Ist von dir, ne? Auch recht ausgesprochen. Nicht Mim oder Mim oder so. Mim, genau. Blondie ist ein ganz toller Mensch und ich bin froh, sie kennengelernt zu haben. Ich hoffe, dass man sich bald mal wieder im Real Life sieht. Er ist halt auch ein super Süßi. Er ist tatsächlich, ich trage sogar, er hat mir auf der Gamescom die Ohrringe hier geschenkt. Ah, cool. Das ist halt so, ganz schlicht, aber ich habe mich super gefreut. Das fand ich super, super süß. Er hatte mir so einen, aus dem 3D-Drücker so ein Döschen mitgebracht und hat das mir halt einfach so als Geschenk überreicht. Das war super, super lieb. Voll sweet. Ja, mega. Ja. Voll cool. Feiner Sand, ich habe eine wichtige Frage. Wie hast du es geschafft, den ganzen Stream nicht zu röpsen? Gleiche Frage auch von Börchen. Ja, das sind, das ist halt meine Community. Ja, ich habe stilles Wasser getrunken. Ich habe nur Tee und Wasser getrunken. Das ist mein Geheimnis. Ich informiere mich ja bei meinen Gästen und ich habe auch deine Top-Clips mal angeguckt und so und ja, in jedem zweiten davon röpse. Das ist interessant, ja. Das Traurige ist, meine Röpser sind nicht mehr so gut wie damals, weil ich mir jetzt schon Druck mache, dass sie besser werden müssen. Und vorhin, habe ich im Discord so gut oder in Real Life? Irgendwann habe ich heute, ich glaube zweimal habe ich richtig gut, aber nicht während des Films. Das ist total enttäuschend. Dinge gibt's. Ich konnte damit leben, dass du nicht geröpsst. Terror Dani schreibt, Blondie, klasse gemacht. Ich finde es mega, dass du so zu deiner Krankheit stehst und auch offen damit umgehst. Ich habe dich mega lieb. Dankeschön, Dani, du Süßi. Seppel Baba sagt, erklär mal die Sache mit der Haarlänge. Das hier landet ja nicht mehr auf YouTube. Doch, das landet noch. Nein, nein, nein. Wir sind noch im vierten Part, nicht im fünften. Also nicht, wir haben uns noch nicht verabschiedet. Okay, dann wird das jetzt wild. Also es tut mir jetzt leid. Also. Ich nehme mich mal zurück, okay. Ich habe irgendwie mal die Theorie aufgestellt, desto länger die Haare, desto weiblicher ist man, wegen diesem typischen Rollenbild. Ich habe normalerweise relativ kurze Haare getragen. Ja, du wirst, ja, du wirst. Ich bin der Übermann, ich bin Alpha Male. desto kürzer die Haare, desto länger der Schlung. Wie kürzer die Haare, desto länger der Schlung? Desto kürzer die Haare. Und Seppel erzählt mir immer ganz stolz, dass er gerade beim Friseur war, oder dass ich selber die Haare wieder abrasiert hat, so wie du ungefähr. Ja, okay. Damit er wieder richtig männlich ist. Ich bin halt gerade in so einem Zwischending. Man weiß noch nicht, ob ich eine Frau oder ein Mann bin. Es ist. Es entstehen manchmal sehr wilde Sachen und Theorien. Meinst du, ich weiß auch nicht. Ja, das ist vollkommen okay. Kann ich so hundertprozentig nachvollziehen. Da gibt es bestimmt auch Statistiken zu. Und das ist alles wissenschaftlich fundiert. Wenn Blondie das sagt, dann ist das so. Ja. Gut. Igel, voll heiratsfähiges Blondie. Paintball, rülps, Nutella mit Butter, sehr nice. Wolltest du mal sagen? Nein, also ernsthaft sympathisch. Dankeschön. Aber Nutella mit Butter, das geht doch auch nicht anders. Ich finde, das ist halt so, also Butter ist Geschmacksträger und ohne, nee. Okay. Wim schreibt auch nochmal, hat mich sehr gefreut, dass du dich so darüber gefreut hast. Sie hat sogar einen Rülps-Counter, eine Rülps-Counter-Bewertung. Okay. Von? Was ist Gala von bis? Von 0 bis tatsächlich 15 könnte man bewerten. Ja. Aber meine Zuschauer sind super kritisch geworden. Deswegen bin ich auch mittlerweile so nervös zu rülpsen, weil wenn es ein schlechter Rülpser wird, dann ist es ja eine Enttäuschung. Okay. Danni schreibt, Blondi, du bist eine mega Liebe und danke, dass du mir immer, dass du mir, dass du mir immer beistehst, obwohl du selber so viele Probleme hast. Ja, ich bin, ich höre mir auch gerne die Geschichten von Leuten an und deswegen, ich helfe auch gerne und Danni kenne ich halt auch schon seit, glaube ich, zwei Jahren mittlerweile. Sie ist auch so ein großer Bestandteil und ja, das ist immer ganz, ich liebe es auch einfach, Leute wiederzulesen. Das ist so, wenn man Leute schon von so lange aus kennt und dann die einfach im Chat liest, dann freut man sich einfach einen riesigen Keks. Feiner Sand sagt es auch nochmal, sagt es auch nochmal, Chat liebt dich, auch wenn Chat sagt, du darfst dich nicht bedanken. Bedankst du dich sehr oft, ja? Ja, viel zu oft und ich habe eine Kanalpunkte belungen, dass ich mich nicht bedanken durfte und diese Kanal, also wenn ich es nicht einhalte, jetzt werden zehn Minuten nochmal draufgesetzt und ich durfte mich, glaube ich, dreieinhalb Stunden nicht bedanken, weil ich immer aus Reflex, mir hat mein Mod einfach einen Sound geschickt und ich so, ja, danke. Nein, ich habe schon wieder Danke gesagt, nur durch solche banalen Sachen und das war echt super wild und das hat mich wirklich sehr geärgert, aber das war echt lustig. Bedankst du dich denn auch, wenn jemand das einlöst? Ja, das ist so ganz schrecklich. Jemand hat so Gluck Gluck eingelöst, dass ich was trinke und ich so danke. Nein, aber auch wenn jemand das nicht bedanken einlöst, bedankst du dich dafür auch? Da fluche ich manchmal und irgendwann, darf man auf YouTube einen Mittelfinger zeigen? Mach doch einfach mal, versuch's mal. Gucken, was passiert. Versuch's doch mal. So geblurrt. Nein, dann sitze ich da halt irgendwann auch nur noch so und sage so, wenn halt so Bits oder irgendwie selbst reinkommen, verdiene ich. Boah, ich kann ja auch nichts anderes sagen. Sie wollen jetzt auch einführen, dass ich gar keine, ich hab früher sonst immer so gemacht und das wollen die jetzt auch noch verbieten. Okay, krass. Das ist super fies. Du musst das so wie ich machen. Ein Burger, ne? Nee, das ist eine Kartoffel. Ach so, ein Burger wäre aber geiler. Ja, Kartoffelliebe ist, ja, Burgerliebe ist auch gut, aber bei mir gibt's Kartoffelliebe. Das ist fast so schön wie ein Hodenherz, aber nur so fast. Aber nur fast. Ein Hodenherz ist ein bisschen cooler. Es sieht tatsächlich so aus. Das ist, ähm, ja. Ja, das ist das Schlimme. Ich kann's jetzt auch nicht mehr, ich kann's jetzt so herum reinpassen. Ja, würde genau reinpassen. Ja, tatsächlich, ja. Anomalien. Sag ich dann noch. Schön. Gut. Habt ihr denn noch Fragen? Ich glaube, es ist gerade nicht mehr so. Ich hab jetzt nichts weiteres noch im Chat an Fragen gelesen. Was auch nicht schlimm ist, wie gesagt. Das hat nichts mit dir zu tun oder mit irgendwas. Manchmal gibt's mehr Fragen, manchmal weniger. Und oft sind ja die Leute dabei, die dich schon kennen. Und, äh, ja. Die wissen Bescheid. Nee, aber dann möchte ich an der Stelle mich ganz, 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 ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast heute. Dass du dabei warst. Obwohl du heute auch vielleicht so ein bisschen schlechteren Tag hast, aber trotzdem gesagt hast, beim Talk bin ich dabei. Und, ähm, ja, für deine Zukunft. Und auch jetzt, vor allen Dingen für morgen, für den Salvaton. Alles Gute. Viel Erfolg. Viel Glück. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Wie gesagt, das war eine super schöne Atmosphäre hier. Es hat echt Spaß gemacht. Und auch total spannend, einfach den Chat auszublenden zwischendurch. und, also nicht zwischendurch die ganze Zeit. Nein, also vielen, vielen Dank. Ich danke auch nochmal Tessi, dass sie mich empfohlen hat. Und, äh, ja. War sehr entspannt und würde ich immer wieder machen. Das freut mich. Sehr, sehr nett. In dem Sinne, mach's gut und ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Vielen Dank.